Eine gute Tasse Kaffee und ein roter Vollmond hinter dem Kopf. Das sind die Zutaten für ein gelungenes Let's Play. Jetzt bei ... Chikero! Chikero! Simon Kretschmer wollte Farmer werden. Doch sein Vater wollte, dass er Bürgermeister wird. Also wurde ich Videospieldirektor, um einen Kompromiss zu schaffen. Aber er kann seine Leidenschaft des Farmens bei Chikero ausleben. Denn er hat hier großen Spaß, noch ein paar Erfahrungspunkte für uns zusammen zu leveln, damit wir gleich wieder ein kleines Upgrade haben. Und damit hallo und herzlich willkommen zum Kanal durchgenommen von Chikero! Hallo! In der letzten Folge haben sie gesehen, wie wir den einsamen Reiter Rohans ... What?! ... in Schur und Asche geprügelt haben. Wo will er denn hin? Wie lustig! Den hast du auch eingefangen. Vorsicht, der schießt auf dich. Er ist dem Tod hinterhergerannt. Und die Uga-Dame! Ja. Sie zieht ihre traurigen Kreise. Ich werd den Uga jetzt holen. Die wird doch 100 pro gegen ihren Willen hier als Kampfkoloss eingesetzt. Ja, die hat keinen Bock drauf. Das siehst du wirklich, die hat echt, ohne Scheiß, die macht das nur, weil sie irgendwie muss. Ja. Ach, warte mal, das ist gar keine Frau. Ja, ein R, sie ... Ich dachte wegen des Kleides, aber das sieht von vorne eher ... Nur weil sie keinen BH trägt. Sag mal ehrlich, die Brüste hat sie, aber der fehlende BH, okay, das ist wahrscheinlich ein R. Aber ist das so eine Art Fabelwesen? Ist der mutiert? Hat der irgendwas? Oder ist das einfach nur ein sehr dummer, dummer ehemaliger Sumo-Ringer, der sich durch den Kreuzmann durch die Karriere ruiniert hat? Ich denke, das ist es. Das oder einen schlechten Werbedeal oder so. Oder einen falschen Tweet. Kann auch Karriere beenden. Natürlich, deswegen ist er so traurig. So sehen wir auch manchmal Edel. Ich hatte alles. Ich hatte alles. Aber ich fette meine Finger nicht von Twitter lassen. Follower. Geld und Fame. Influenzar. Influenzar klingt auch wie so ein russischer Adelstitel. Ja, der große, hier der große Frankfurter Influenzar. So. Da hinten ist auch ein Dings. Hast du hier schon erkundet? Ja, naja, erkundet nicht. Ich bin eben kurz hierhin. Hier ist ein ... Schmutter. Und auf der anderen Seite ist ein Händler. Mehr habe ich nicht gemacht. Wie gesagt, ich wollte ja eigentlich ... Habe ich mir den noch ... Ah, guck, der ist an, so knapp. Knappe Kasse. Ja, Rasten bringt mir jetzt auch nichts. Obwohl, doch, komm, mach mal mal. Kriege ich zumindest mein Wasser wieder. Okay, ich habe ... Wir können den Timer jetzt starten. Dass wir ungefähr wissen, wann wir wieder abgeben. Jetzt gehe ich direkt mal hier rüber. Hier gibt es nämlich was richtig Leckeres. Das habe ich eben schon gesehen. 20 Minuten wären das, liebe Regie. Wir haben uns geeinigt. Ja. Ungefähr. Wird minute. Oh, das ist der Händler? Nee, das ist ein ... Der ist tot. Der ist tot. Warte mal. Ist das ein Fasanenmann? Nee. Alter, ich dachte, du bist vorbeigelaufen. Das sah für mich aus, als wenn er so einen Hahnkopf hätte. Warte mal. Sein Popo in ... Auf ihm drauf. Naja. Das ist ganz lustig. So, hier geht's rein. Da habe ich nicht geguckt, weil ich eben nicht vorspielen wollte. Aber hier ist der Händler. Und der hat diesen geilen Kripssamen. Und den will ich jetzt haben. Ich hatte eben nicht genug Geld. Deswegen dachte ich mir, kannst du gleich mal Level holen? Ist er auch krank? Ein bisschen Geld. Der ist nicht krank, leider. Leider? Freut mich natürlich für ihn. So, guck mal hier. Drachenblut ist neu. Und hier dieser Samen. Tausendmal. Ey, wir hatten ja schon 2000 Mal ... Ich bin wieder her bei jenen, denen es genommen wurde. Erhöht die Auferstehungsmacht leicht. Das ist schon wichtig, oder? Hier, so werden Opfer der Drachenfäule geheilt. Mit dem Drachenblut? Machen wir. Jetzt habe ich eine Frage. Soll ich ... Um die 1000 zu bekommen. Vielleicht mal unsere Schecks aktivieren. Wie haben wir denn? Wir wissen nicht, was der bringt, ne? 11 leichte. Also gekostet haben die 105. Deswegen werden die natürlich weniger als 105 bringen. Also wenn's ein fairer Händler ist ... Aber ich meine, 1000 werden ja nicht ... Nimm doch erst mal einen leichten. Dann wissen wir doch ungefähr, was man dafür kriegt. 100. So, und wenn du jetzt 10 davon nimmst, dann kannst du für 1000 Samen kaufen. Dann weiß ich ja immer noch nicht, wie viel der große bringt. Aber gut. Ja, ich kann mit mir doch, Latte. Mach, wie du magst. 1000. Ja. Jetzt können wir den ... Toll, das ist ja richtig geil. So, ich können wir dann gleich auch zurückbringen. Wobei, komm, machen wir schnell, oder? Das dauert ja auch nicht lang. Eine Sache auch noch, wir haben ja eben den mechanischen Arm bekommen. Also nicht, wir haben eine Verbesserung für den Arm bekommen. Und zwar können wir den Arm jetzt noch mit extra Dingen kombinieren. Also ich ... Das Flammenrohr kann ich zum Beispiel ... Schwarzpulver? Hab ich noch nicht probiert. Wir haben's auch grad nicht. Mit Schwarzpulver kombinieren. Und dann kann man irgendwie was extra machen. Da ich das ... Ich hab's nicht ausprobiert. Äh ... Aber so scheint das zu funktionieren. Können wir auch gerne noch mal zum alten Mann und dann gucken, ne? Von deinem Kaffee, den ich dir gemacht hab. Danke für diesen Kaffee. Du wolltest ja mit Schuss, ne? Mit Schnaps. Du trinkst ja immer mit Korn. Ich trink keinen Alkohol mehr, aber ich trink dafür Kaffee mit Korn. Das ist kein Alkohol, das ist Kaffee mit Korn. Das ist einfach ein Hamburger Kaffee. Ich trink nur Bier. Ich trink nur noch Korn. Lass den Kaffee jetzt einfach weg. Werter Wolf. Äh, gib mir immer die Blutprobe. Ja. Was? Echt? Das reicht. Einmal Husten. Es ist nur, wir haben ja jetzt auch diese komische Samen eingesammelt, ne? Diesen anderen Kram. Könnte man die eigentlich mal zeigen? Haben wir vielleicht zwei? Für alle Fälle? Ich drück nochmal. Nee. Äh ... Was? Äh. Okay. Das ist Bohnenrückenskill. Das denk ich auch. Die hat uns anders kennengelernt. Okay, jetzt guck ich kurz nochmal hier vorbei. Zeig euch das mal schnell. Ähm ... Genau, äh, verbessern, ja. Oh, was ist denn das für ein komplexes Menü? Ja, mehr weiß ich auch nicht. Oh, shit, die brauchen wir auch Geld. Moment, ich geh mal raus. Und dann kaufen wir erst mal. Benutzen wir jetzt doch die Schecks. Komm, ich mach mal den vollen. Ich will mal wissen, wie viel das ist. Geh mal in die vollen. Ne, tausend, siehst du? Ja, wie viel? Hatte der nur einen Samen? Also war der ein Samen? Hm. Also der Händler. Der A. Oder war der zwei Samen? Naja, ob die ... Also sie waren rot ausgegraut. Ja, gut, den hat er nur einen, ja. Naja, das kann auch darin liegen, weil ich hatte ja keine tausend mehr, ne? Das kann auch darin liegen. Äh, so. Gucken wir mal. So, warte, 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 warte. Ist denn das jetzt nicht verschüttbar, weil ich den schon habe? Nee. Doch, ja, weil ich den schon habe, ne? Was ist da mit ... So ein Rabe ist da noch? Irgendwas hab ich hier frei. Die Axt, irgendwas hab ich hier frei ... Hab ich hier nicht irgendwas freigespielt? Nee, hab ich gar nicht. Ja, guck mal, wir brauchen diese Zutaten. Guck mal, was wir ... Mit den Zutaten, ah, so ist das, ne? Mit diesen Materialien, dann kann man's erst verbessern. Nicht kombinieren, okay. Ja. Okay, aber das ist doch gut. Also müssen wir jetzt achten auf Schwarzpulver oder Eisenkram oder was? Das. Eisenschrott, schwarzes Schießpulver. Okay. Außerdem die Axt. Ah, sie ist aber auch immer das Gleiche. Muss man sich natürlich so ein bisschen entscheiden, ne? Was ist ... Was macht der Wurfstern? Oh, hier gibt's den Axtwirbel. Der gefällt uns doch. Den fanden wir schon immer gut. Was bringen denn die Wurfstern jetzt hier? Rotationsenergie verbraucht, reduziert wird natürlich in Haltung von Feinden, ne? Ja, wenn's ... Spannt man die Feder länger, dreht sich die Klinge nach der Landung weiter und verletzt Feinde mehrmals. Handelt sich im Grunde um ein Kreisel mit Klingen. Moment, Pisslitz, Mick. Erklär, Donny. Erklär, Donny. Ich find, Erklär-Tutorial-Donny könnte eigentlich in vielen Spielen vieles besser machen. Okay, das war's, ne? Hier ist nix mehr. Leider nicht. Das hab ich auch noch gemacht. Angriffskraft verbessern. Und dann kommt als Kampferinnerung die Erinnerung von dem Typen, den wir gerade erledigt haben. Ja. Und ich dachte, in meiner Nibität, dass ich dann gegen den kämpfe und dann damit meine Kraft verbessere, stell ich raus, ich muss das nur einmal klicken. Ach, echt? Und dann hab ich jetzt scheinbar meine Angriffskraft verbessert. Haben da nicht meine Zwischenbegrenze? Da steht es auf zwei, ne? Gar nichts, wirklich nichts. Ich dachte so, gehst du noch mal in den Kampf rein, während ich gewartet hab auf dich. Und dann hatte ich halt einfach Angriffskraft zwei. Hab ich noch nicht ganz raus. Mhm. Okay, so. Fähigkeiten, wir haben zwei, wir haben bald den dritten. Wir können jetzt aber auch überlegen, ob wir nicht hier vielleicht, können wir auf den heben, warten noch. Dann wissen wir nämlich auch, was das ist, ne? Ah, nee, jetzt wissen wir das schon. Bei bestimmten Modulen einen Folgeangriff. Genau, da kannst du schießen und danach noch einen Schlag machen, der auch Flammen hat. Okay, ich bin ja voll Fan davon. Äh, ich hoffe, gehen wir mal zurück, dass sich da, wo das Schwertsymbol ist, dass sich da hinter, ähm, dieses Live-Regeln verbirgt. Und dann würde ich gerne entweder den, das muss ja der blaue sein, oder, ja, einer von den beiden. Darf ich den da nehmen? Ja, mach. Das wäre dann der, den ich, ähm... Und steht da jetzt schon, was der bringt? Oder ist das noch ausgegraut? Nee, musst mindestens einen von denen haben. Also die beiden müssen wir haben. Einen von denen. Ja, als nächstes den da. Beide drei. Okay, ist doch cool. So, wegen der Rennen... Nee, das hab ich ja gar nicht gemacht. Das hab ich gemacht. Äh, beim Sprinten gleiten, okay. So, jetzt gehen wir endlich mal wieder rüber. Der Audienzsaal war ja zu... Nee. Der Audienzsaal war zu, genau. Das war die geschlossene Tür. Vielleicht kommen wir ja später jetzt, wo wir ein bisschen mehr haben, irgendwie rein. Wer weiß, vielleicht... Es ist schon komisch, dass sie nicht sagen, du hast keinen Schlüssel, du musst vorher noch 20 Gegner erledigen, du brauchst acht Gebetsketten oder so. Irgendwas, ne? Irgendwas, ne? Vielleicht ist es auch wirklich simpel und du hattest recht und das ist zu hart und man braucht einfach... Äh, Angriffskraft plus drei oder so oder irgendwas. Ja, aber dein Angriff... Dein Anruf bei Trant hat mich eigentlich dann überzeugt, weil er hat ja ohne Probleme ist er da rein. Er war wohl würdig genug, ne? Er hatte gar kein Problem damit. Der wusste gar nicht, wovon ich geredet hab. Wir können auch noch hinten rein, ne? Da war ja eben noch so ein... Okay, das ist das nächste Gebiet. Da geh ich gleich hin. Dann geh ich vorher noch mal schnell in den Tempel. Oder ist das vielleicht ein Shortcut? Das eben? Wir hätten schon so viele Holztuche. Doch, jetzt wo du sagst. Aber nee, das macht gar keinen Sinn, weil er meint ja, du darfst da nicht durch und wenn wir da von der anderen Seite einfach hingekommen wären, dann wäre das da... Oh, da war da um den Baum rum. Okay, so. Endgegner oder einfach nur netter Mensch? Netter Mensch, nicht hauen. Der ist doch aus Zelda. Weil er ist ja groß. Der sieht aus wie von One Piece. Der Lüsob, ne? Die Nase. Das ist wirklich ein Entgegner. Hast du gesehen, was ich gerade mit dem anderen gemacht hab? Und der hatte ein Pferd. Ah, er steckt das Schwert weg. Gut. Eine Mischung aus Lüsob und Zorro. Das stimmt. Ich würd so gerne das Schwert jetzt rausholen. Das stimmt. Ah, now we're talking. Arroganter Fatzke. Natürlich, ne? Selbstredend. Jetzt heißen wir Sekiro. Eine Beschreibung von Ratten, die sich in Aschina eingeschlichen haben. Sprich noch mal mit dem Tengu, wenn du dich um die Ratten gekümmert hast. Hier raten Attentäter aus dem Zenpo-Tempel. Kleinen tragen Bambushüte. Viele Ratten lungern herum, zuletzt nahe dem Aschina-Burgtor-Gesicht. Also dem Aschina-Burgtor und da dann die Attentäter erledigen. Das will ich schon haben. Ja, ich muss es unbedingt haben. Aber wir merken uns das. Ich gehe erst mal durch das Tor gleich. Das kann ich nicht undurchschritten lassen. Aber es ist so viel Option. Ja, es finde ich aber gut, dass man endlich mal wieder ein bisschen Varianz hat. Ich hatte schon das Gefühl, es wird sehr linear. War da hinten links noch was? Ja, du hast recht. Leuchtet doch noch was. Ah, siehst du? Shortcut. Und noch eine Frau oder irgendwas. Ja, gehe ich gleich hin? Kennen wir es oder kennen wir es nicht? Das ist ein Shortcut. Das kennen wir, ne? Ja, ja. Das ist da, wo wir herkamen. Ja, wo du noch meinst, ich bin mit dem Ding, ne? Geil. Cool. Und die Holdemite? Was möchte sie? Entschuldige, aber überlegen, weißt du, wer wir sind? Tja, die haben offensichtlich kein Internet. Tja, was soll man dazu sagen? Okay, sagt man das so, okay. Okay, okay, okay. Alle bemitleiden sie mich, dabei bin ich doch derjenige, der hier... Ja, die sehen vielleicht ein Schicksal in unseren Augen, das wir selbst nicht sehen, weil wir nie in einen Spiegel blicken. Ich würde wirklich gern mal diesmal ein From-Software-Spiel haben, wo ich nicht am Ende, ne, in den, also auf ewig brenne, in meiner eigenen Hölle. Sondern wo einfach mal sagt, ey, gut gemacht, hier, geh mal was essen hier. Mutter hat frischen Kolob. Happy Joy. Happy Joy, Joy. Hier, Fernsehen läuft, deine Lieblings-Soap. Ja, selbst die Happy-Enden sind ja bei diesem Soap-Spiel immer irgendwie komisch. Ja. Und das Happy-End für uns war bei Bloodborne, dass wir in diesen Wurm uns verwandelt haben. Ja, geil, ne? Happy, Happy Joy. Und das war wirklich das bestmögliche Ende, sozusagen. Wie ich sagte, wir werden hier zur Schlange oder so. Oh, los, er will dich abschießen. Ja, hat's sogar geschafft. Aber jetzt, wir sind, nein, 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 wir haben das Post-Boss-Syndrom. Ich verstehe, ja, ja, Arroganz-Syndrom. Ja, wir müssen aufpassen. Na, geil, die haben nichts gemerkt. Da rechts. Ich hörte einen Hund oder sowas. Ja, ich hab's richtig gehört. Ja, deswegen bin ich auch ganz schnell weg, ey. Hundis. Boah, was ist das? Haben Sie ihn gesehen, Herr Kretschmer? Ja, haben die mich gesehen, das ist die Frage. Nein, hast du ihn gesehen? Ja, aber wenn ich jetzt hier bleibe, finden die mich? Nee, aber, ja. Ich hab ihn gesehen in den Auger. Ja, ich würde grad sagen. Alter, er hat ein ... Ah, siehst du, er findet mich halt, der Hund. Ja, weil's ein Hund ist, der riecht es. Und der? Richtet dich. Der richtet dich. Riechtet und riechen. Ja, auf gar keinen Fall lass ich mich töten sehen. Den 1.000 Mark, ne? Ich möchte sie haben, genau. Wir wollen leben. Ja, ja. Und, äh, Händler ist ja auch nicht weit weg. Zur Not bei dem, was sie kaufen noch. Sie nennen ihn Druck. Druck, Nils. Er macht dir immer Druck. Ich will nur nicht 500 Goldstücke verlieren. Hund! Oh, einer. Wie viel gibt's da in einem Hund-Fabrik? Oh, der hat sich pariert. Ja, ich hab ihn pariert. Siehste, und so kann man ihn aber auch. So, check it off! Ach, ich will ... Ich muss parieren lernen. Mehr parieren, Alter. Okay, äh, wir sind immer noch bei der Frage mit dem Geld, ne? Ja, ich will, also ... Der Händler ist ja direkt da rechts. Du musst ja nicht mal irgendwie neu booten dafür. Einfach vielleicht, vielleicht hat er auch so Geldbörsen, die wir kaufen können oder so. Das ist echt ... Du hast ja recht, du hast ja recht. Wir sollten immer irgendwie, wenn wir die Chance haben, Geldbörsen kaufen. Weil das kostet fünf Goldstücke Gebühr. Und das ist perfekt. Und das ist total in Ordnung. Okay, aber wo war der nochmal? An dem Tor. Hier vor, oder was? Hier, nee. An dem großen Tor, wo der Reiter war. Ja, aber ... Wie komm ich da jetzt nochmal hin? Ich bin hier halt rumgesprungen. Da. Ist es ja, okay. Äh, na ja. Der hinter dir? Der Händler ist da oben. Hä, der ist so hinter dir? Ist er nicht an der großen Tür? War der nicht ... Ach nee, war der nicht direkt hier? Nee, das ist der Buddha. Ach, okay. Ich dachte, der wäre ja da gewesen. Das geht alles von meiner coolen Kampfzeit ab. Okay, komm. Hä? Ach, hier hinten ganz. Ich dachte, der wäre an dem anderen Tor. So, was hat er denn noch? Was hat er denn noch? Ah, null. Schwerer Geldbeutel können wir kaufen. Gucken, ob noch ... Nö, sonst nichts. Geil. Zack, und den Rest sind noch zwei kleine. Guck mal, haben wir schon mal jetzt 700 Goldstücke in Sicherheit gebracht. Das ist wirklich sinnvoll. Das sollten wir immer so machen, ne? Aber 200, Moment, der hat ... Irgendwas ... Der hat doch ... Also, das kann doch nicht sein. Ich dachte, der hat einen kleinen für 120 oder so. 110. Ja, den haben wir gekauft. Ach, er hat keine mehr, okay. Er hat halt nur noch einen großen ... Aber ich geb ihm doch Geld. Ich brauch doch eigentlich nur Beutel will ich von dir, Mann. Ich kauf alles, ne? Was ist denn hier? Ach so, das geht nicht auf. Das muss nicht auf. Ah, nee, was ist hier? Da liegt noch Geld rum. Aber hier war ich da oben. War ich nämlich noch gar nicht. Ja, ja, was ist das? Lauschen, machen wir lauschen. Das sind die mit dem Reiskopf. Das sind die Ratten. Ja. Schwarzhutdachs. Ja, die kannst du ja nur schnappen, die Jungs. Glaubst du, der rechts ist der Bandit? Weil der schon dieses komische Zeichen hat. Wir haben nämlich häufiger Leute entdeckt, die hatten diese komischen ... Wie so eine Münze, so ein extra Zeichen, ne? Ich denke, das steht für Kopfgeld oder so. Die sind richtig ... Kaff, ne? Die haben vor allem irgendeinen komischen ... Wir machen immer den Hammer für die. Ja. Die sind aber echt schnell, die Bastarde. Ja, guck, so macht man das. Ja, von denen kann man Schließpulver farmen. Geil. Das ist er jetzt. Oh, was für wieselige ... Quadrat, Alter. Okay, cool. Aber das war ... Kann ich mir jetzt meinen ... Waren sie das? Kann ich mir jetzt eventuell meine Belohnung abholen? Okay, probieren. Na komm, okay, das mach ich noch schnell, ne? Ist hier noch irgendwo einer, nur dass wir nicht hier noch einen verpasst haben? Nee. Dann machen wir das jetzt. Das wär toll, ne? Wenn die schon wären. Hm, ja, wenn das alles war ... Na, das sind die Ersten. Es gibt noch mehrere, nehm ich an. Hey, das ist für die Belohnung, ja. Naja, das ist ja Tutorial-Belohnung. Es wird einem nur erklärt, wie's geht. Und als nächstes ... ... gibt's dann die Tafferen. Mh, ja, das ist ein neuer Kampfstil. Mh, ja, das ist ein neuer Kampfstil. Oh. Geil. Das ist ja super, das ist ein neuer ... Okay, und jetzt? Äh, kann ich jetzt hier wahrscheinlich nicht ... Nee, nee, ich muss ... Bei Ausrüstung? Nee, drück mal Start. Lass mich kurz mal zum Buddha gehen. Weil da kann ich's auf jeden Fall, oder? Kommt doch mal an dein Inventar. Geht das nicht da auf? Ähm, ich bin ja gleich beim Buddha. Ich muss ja eh rasten für dich. Damit du voller Energie hast und so. Ja, nee, musst du ja gar nicht. Du hast ja schon so viel geschnitzelt. Okay, kann ich überlegen. Mir ist wurscht. Nö, also ... Guck mal hier, extra Punkte und so. Immer Punkte holen. Jetzt haben wir hier, ne? Aschina-Künste noch. Ach so, das meinst du? Okay. Ich nehm's mal, oder? Damit wir den direkt haben. Was ist das denn? Führt einen schweren Überkopf-Schwertschlag aus. Drück mal Dreieck, damit man sehen muss, was das ist. Führt einen schweren Überkopf-Schwertschlag aus. Fügt die Haltung schweren Schaden zu. Stellt die eigene Haltung mit einem starken Vorwärtsschritt wieder her. Ach was. Die unbeirrbare Beherrschung dieser Technik macht die Stärken. Man kann seine eigene Haltung wiederherstellen. Gelernt. Zack, zack. Ein schwerer Überkopf-Schwertschlag wiederher. L1 plus L1 halten. Wucht, ach so. Beides. Okay, das ist doch sehr, sehr einfach. Ah, alles klar. Aber wie kann ich denn jetzt ... L1 und R1 ist ja in dem anderen ... Ja, das müssen wir jetzt umbauen. Ach ja, man hat ja dieses ... Und das meinte ich gerade, dass du mal hier gucken sollst. Genau da. Ja, das haben wir noch gar nicht gemacht. Echt? Nee, gar nicht. Was war der unten nochmal? Der mit dem ... So, ja, das ist der hier. Ja, ja, das ist der neue. Aber ich wollte den zweiten kurz mal hören. Nur einfach angucken, meine ich. Springe mit einer Drehung. Okay, ja. Ich verstehe. Der ist, um Distanz zu überwinden. Das ist quasi die Axt. Aber es ist doof, dass man nur einen hat, ehrlich. Also, wenn ich ehrlich bin jetzt. Das kann man nämlich bei ... Nio kannst du bestimmte Dinge hin und her stellen. Ich weiß nicht, ob es mit den Waffen zusammenhängt. Ich glaube, ja. Aber du kannst die Waffen verbessern. Du kannst aber auch die Kampfkünste ohne Waffen verbessern. Du kannst deine ganzen anderen Features verbessern. Ja, okay. Naja. Gut, dann machen wir bitte 20 Minuten. Counter. Oder wir machen bis der Werbung. Und dann nach der Werbung nochmal 10 Minuten. Ja, oder so. Das ist auch okay. So, und dann muss ich jetzt ja nicht extra alles reserpen. Aber wäre schon schön, wenn du jetzt auch nicht wieder die ... Also, wenn du die jetzt nicht verlieren würdest, ne? Was? Die Erfahrungspunkte, meine ich. Weil du bist schon direkt wieder an einem Punkt. Ach so, ja, nee. Ich will natürlich die Erfahrungspunkte nicht verlieren. Ach, okay. Bist du? Geil. Mach den mit dem Hammer. Ich glaube auch, der arbeitet nur. Das ist eigentlich so eine ... So eine helfende Hand auf dem ... Ja, aber wer hier rum ... ... auf dem Eisanbau. Der hier rumogert. Alter, der hat auch nicht so einen Basie. Der hat schon wirklich so was ... Schnell, schnell! Nein! Ah, das sind mehrere! Du hättest es geschafft noch. Nee, das sind mehrere, Alter. Hast du das gesehen? Den einen hättest du noch holen können. Okay, das muss ich jetzt mal angucken. Okay, da sind sie. Fuck. Ja, Alter, das ist so ein Instant-Kill-Hammer, ey. Okay, warte jetzt. Versuch mal. Ich muss das mit dem Schleichen machen. Ja, warum auch nicht. Also jetzt gegen die beiden auf einmal. Das ist, glaube ich, ein sicheres Todesurteil. Das muss ja auch nicht sein. Ich meine, mit der neuen Regel, dass man nicht abgibt, wenn man stirbt, dann ist das schon ... Fällt einem das leichter? Es geht aber auch darum, ehrenvoll zu kämpfen. Aber ehrenvoll ... Also nicht ehrenvoll, einfach zu leben. Es geht zu leben. Ich will leben. Leben. Es ist mega gut. So, jetzt komme ich da wieder runter. Leben. Leben ist super gut. Wenn es leben ... Ich spüre, wie gut es mir tut. Leben. Ich spüre, wie gut es mir tut. Okay, komm, mach es. So. Was genau war das jetzt für eine unnötige Brumposerei? Ja, der macht hier einen Reißblatt. Der stampft ... Du hast völlig recht. Wo ist der Zweite? Echt? Der Rechte. Oh, oh, oh. Shit. Den kannst du machen, Alter. Den kriegst du. Ja, warte nur drauf. Äh, äh, äh. Zu spät. Jetzt kannst du aber den Link ... Äh, warte. Komm, noch einladen, da geht's nicht. Linky, Linky. Ah! Sag mal, was für eine Kacke. Ah, noch einer. Ach, Homies. Das ist doch nicht euer Ernst. Ja, das ist unangenehm, ne? Ernsthaft? Könnte man nicht ... Ja, machen wir jetzt erst mal so. Ja, machen wir den erst mal. Aber du kannst ja auch die ganzen Items mal benutzen und vielleicht mit Blocken üben. An denen. An den Großen? Ja, ich ... Also, ich würde es vielleicht nicht machen. Oh! Das war schön. Nicht getroffen, aber schön. Oh, oh, oh! Oh, oh! Alter. Ey, wenn die treffen, dann ist das aber auch ... Erstaunlicherweise machen die richtig Action, die Jungs, ey. Okay, das war eine ganz schlechte Idee, die frontal anzugreifen. Gehe ich zu. Boah. Was so ein Hammer alles ausmachen kann. Mhm. Warte mal. Kann man nicht sich der eine rauspopeln und dann eins zur Zeit machen? Ja, das ist doch echt ... Ja, die wissen schon, dass sie zu zweit. Das ist unnötig. Das Schwierigste ist wirklich ... Das Schwierigste ist dieses Festhangeln mit Konrad. So. Es geht leider auch nicht, dass man diese Attacke macht von oben, wenn die einen einmal gesehen haben. Gibt gern so eine Taschenuhr, mit der man die Zeit einfach vorstellen kann. Ja. Kannst du noch einen höher? Nur mal so aus Interesse gefragt. Ja. Oh. Ja, kann man schon überlegen. Ey, was für Genies die asiatische Kultur war, oder die Vertreter der asiatischen Kultur, dass die schon Dachziegeln hatten und so. Das ist unfassbar, ne? Und fucking fassbar, wie weit die alle schon waren. Ach, das gibt's doch nicht. Nur einen jetzt bitte. Ja, komm, komm, komm. Wir gehen jetzt ein bisschen weg. Der andere sieht uns nicht. Komm her. Dann machen wir das mal. Nur wir beide. Der andere dumme Sackmann. Der braucht zumindest ein bisschen, ja. Oh, der ist egal. Der sieht dich gar nicht, der andere. Uhuhuhu. Sehr gut. Oh, nicht gut. Wieder sehr gut. Nur noch halb gut. Schwach. Nee, voll gut. Stark. Okay. Boah, das war aber schon jetzt auch ein bisschen knapp. Ja, ich liebe es aber, wenn ich mega geile Action für die Zuschauer bieten kann. Ich liebe es. So, und jetzt versuch ich mich mal an den anderen Bauern da mich ein bisschen anzuschleichen. So, warte mal. Guck mal weg. Ja. Ich würde gerne mal so ein Spiel spielen mit dieser Mechanik von From Software spielen, aber wo man irgendwas, wo man sowas hat wie, ich kann andere Gegner beeinflussen und die steuern plötzlich oder so. Und dann kannst du so mit dem einen die anderen und dann musst du vielleicht den Flammenlurch benutzen um den Rüstungs-Hoschi aus seiner Rüstung. Naja, das ist eine dumme Idee, aber Messiah konnte ja sowas mal. Dark Magick of Messiah. Nee, das heißt so ähnlich, aber was ich meine ist, Messiah war so ein Spiel von ... Dark Messiah heißt das oder nicht? Ja, wo man dieses kleine dicke Baby spielt, unter anderem. Ist das nicht das, wo die die Physik damals noch so abgefeiert hatten? Dass es so Physik-Events gab, wo du dann irgendwelche Holzflöcke und dann fiel das runter ... Ja, wo man das besser, meinst du? Wo man auf der ... Dark Messiah of Might and Magic? Ach, Dark Messiah, ja, dieses Ego-Zauberer-Ding, oder? War das so? Ja, ach, ich hab's vergessen. Doch, 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 nein, du hast schon recht. Was ich meine ist ein anderes, aber trotzdem hast du recht. Oh Gott, hier wartet schon wieder ein Endgegner, Simon. Da oben kommt man drauf. Da ist ja noch irgendwie ein Eingang. Da ist dein Buddha. Das könnte interessant sein. Gut zu wissen, ne? Ja, man kann da irgendjemanden mit reinlocken, vielleicht. Schade, hier wär jetzt so ein Ding gut gewesen. Ja. Ja, irgendwie, Dark Messiah, irgendwas, weil doch bei mir klingt, klingt, also, Dark, ne, of Might and Magic, Heroes of Might and Magic, nee, das war ... Guck mal, da hinten ist auch noch so ein ... So einfach ist es nicht. Aber du hast eh, ja gut, 15, hol dir ruhig welche. Kommen die dann in so einen Pfeffersack eigentlich? Ich denke, ja. Hier oben brauchen wir auch noch nicht, ne? Guck mal, hier kann man sich auch festhangeln. Ja, da hinten ist auch noch ein Goldturm. Also, es wird mir schon zunehmend gefälliger, das Spiel. Ja, das ist schön. Oh, doch schwach. Das Gegner, einfach so an der Wand. Waren die unsichtbar? Naja, die sind da runtergegeckot. Ja, vielleicht sind sie ja auch so Chameleon-artige Giftnattern. Giftnattern. Ne, das sind ne Geckos. Hier muss man ja aufpassen, dass ich hier nicht vergifte. Aber dann können wir endlich mal so ein Antigift benutzen. Ich glaube, ich bin noch vergiftet. Ja, du bist vergiftet, ja. Ich glaube, ich bin einfach auf Inventar und dann, genau. Warum bist du denn? Ne, gegen Mittelpuder. Da, ne? So. Schon knapp. Was zieht einem doch was ab, ne? So richtig viel hab ich jetzt hier nicht mal. Da schnabbeliert er die Kügelchen, die wertvollen. Von denen wir nur so wenige haben. Was soll ich machen? Ich bin dann gleich zum Tod. Hast du keinen Kürbis oder was? Ne, Kürbis gibt es alle. Ich hab jetzt nicht in voller Mannstärke übernommen. Ganz ruhig, ganz ruhig. Du musst dich jetzt gar nicht aufregen. Du kannst ja gerne zurück zu einem Rastplatz. Ja, aber ich will jetzt ja hier den ... Da muss ja irgendwo wieder ein Tempel sein oder irgendwas. Du bist alles und nichts. Naja, ich meine, du hast schon so viel Progress gemacht. Und da hab ich übernommen. Ich hab ein bisschen Progress gemacht. Und ich will jetzt nicht zurück. Diese beiden Oga nochmal. Das ist für mich völlig in Ordnung. und ich wollte nur helfen. Aber gleich ist auch wieder Werbezeit, leider. Ja, erstmal mach ich den hier. Den rechten, ja, mach den rechten. Ja, dieses Geldsymbol. Ja, kann es sein, dass dieses Geldsymbol bedeutet, dass er Geld hat, aber alle haben Geld. Und der eine hat ein bisschen mehr. Er ist einfach ein bisschen reicher. Smart angelegt. So. Ah, gut. Irgendwas lohnt man sich. Willst du mit dem Durchschreiten dieses Tores, der nächsten Killzone, einfach warten? Ja, gut. Machen wir doch so. Dann machen wir jetzt ganz kurz Werbung. Ein bisschen flitzgescheuert. Der Nils bleibt in der gebückten Haltung. Wie er es kann. Wäre echt nicht gut für den Rücken, ne? Gebückte Haltung. Ja, einfach da so jetzt drei Minuten warten. Ja, aber er ist einfach ein, ähm, wir wissen ja alle, er ist ein Samurai. Ein Ninja-Samurai. Und die können das. Die werden gebückt geboren, ey. Bis bald. Genug gebückt. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück. Aus der Werbung. So, wir haben euch versprochen, wir gucken mal hier, was hinter diesem Tor, ähm, Schönes wartet. Das machen wir doch mal. Lunzen wir da erstmal rein, also. Jetzt begehe keine Torheit. Ah, doch, nee. Aber da ist bestimmt auch rechts einer. Oder oben auf dem Ausguck oder so irgendwo. Das ist zu verlockend, ne? Das, ja, das ist wirklich eindeutig eine Falle. Sicher? Ja, gut. Ja, ich mach das jetzt. Nein, du hast wirklich keine. Da hinten sind welche, hab ich gesehen. Oha. Ich könnte nie Samurai oder Ninja werden. Mein Giggeln würde mich verraten, wenn ich ... Deswegen bist du ja auch Shinobi. Shinobi. Ich hab echt nicht mehr so viel Zeichen. Ich google jetzt mal Shinobi und Ninja. Ich glaube, das ist alles am Ende dasselbe. Die haben sich nur anders genannt, damit sie eben, also wegen rechter Freiheit und so, nicht Gamer Shinobi. Oh nein, der sieht mich. Oh. Alter, Simon. Was war sehr groß, ne? Irgendwas sehr Großes? What the fuck, ein Power-Lego-Wahn. Oh! Ich kann nicht mehr irgendwas machen. Ach, das ist so ein brennendes ... Oben, ja, der hat so, äh, wie heißt das? Heu auf dem Geweih. Auf dem Geweih. Ein Bull. Der hat die, der hat die anderen platt gemacht. Ich hau dir jetzt einmal zumindest in den Arsch, obwohl ich nix mehr machen kann. Komm, zeig es ihm. Zeig es ihm! Alter, der hat aber wirklich null Bock. Du solltest echt Energie holen. Ich hab nix. Ja, dann ein Kügelchen ist auch okay. Komm, mach doch. Shinobi ist eine andere Bezeichnung für Ninja. Shinobi ist eine andere Bezeichnung für Ninja. Ja. Knapp. Der sieht, glaub ich, spektakulärer aus, als er ist. Weil er hat ja nichts. Er kann nichts, er hat nur Heu. Ja, er kann mich anzünden einfach mal. Ja, sobald du das rausgekriegt hast, vielleicht mit Blocken auch, wie du dem entgehst, kann er dir nichts mehr entgegensetzen. Ich kann nicht versuchen, den Endboss von eben in so eine Ecke zu kriegen. Eigentlich auch traurig, ne? Das arme Vieh. Was soll's denn machen, wenn's links und rechts brennt? Oh, hast mich nochmal erwischt. Ich hab dem sehr wenig... Ja, kann ich mal... Ich überleg nur, ich hab dem so wenig abgezogen, ob ich irgendwas machen muss. Irgendeine... Frage wäre zum Beispiel, ob Öl hilft, weil er ja schon brennt. Ja, er brennt, ne? Vielleicht brauchst du da nicht mehr viel machen. Du hast es, glaub ich, nicht ausgerüstet. Fuck. Hast du schon Glocken und so probiert? Nee. Ich glaube, das ist auch wieder hier so ein Fall. Ja. Hast du ihn kurz? Na gut. Du bist noch da? Nee. Nee, nee, ich bin... Okay, also, ich hatte jetzt leider keine, ähm... Fiolen und nix. Nein, 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 so meinte ich das gar nicht. Ja, aber das ist doch noch sieben Minuten. Ja, aber es ist Endgegnertime. Wir machen... Lass uns doch jetzt einfach immer jedes Mal so machen. Ich hab auch nichts dagegen. Er ist noch... Eigentlich ist er ja eher ein kleiner Miniboss, ne? Ja, das stimmt. Ich seh ihn jetzt irgendwie nicht... Ich seh ihn noch nicht als Endgegnert. Er hat auch nur einen roten gehabt. Ja gut, also, ich kann auch weiterspielen. Das darfst du dir auch so. Und ich will nur nicht hier gierig werden. Nö, wie gesagt, jetzt hast du ja noch sieben Minuten, die jetzt... Oh, von irgendwoher tönt ein gequältes Husten. Achso, weil wir tot sind. Äh, gestorben sind. Okay, ey, weißt du was, Simon? Ey, der Weg dahin, ne? Ich bin mir nicht so sicher. Ja, vielleicht müssen wir erstmal ein anderes Dings finden. Wir hätten noch einen Kürzel haben können, auf jeden Fall. Bin ich sicher. Ich glaub auch nicht, dass das die einzige verbliebene Buddha noch ist, ja. Nö, da muss irgendwo noch einer sein. Mal gucken, wie schnell ich jetzt zu dem komm. Guck mal, kommen wir diese Oga noch? Kann natürlich in einem dieser ganzen Häuser sein, ne? Nee, die waren zu, glaub ich. Das linke war zu. Hier unten haben wir auch geschaut. Ah, links, links, der Typ! Ja, ja. Aber der kommt eh... Da kommt ja dieses Riesen-Gnu da raus. Ach, vielleicht ist das auch das Feed, das zwischen Freund und Feind halten. Ja, das meint ich ja. Deswegen wollte ich den ja rauslocken. Ja, okay, ich verstehe, aber irgendwie... Alter, das ist halt dumm von mir. Ist ja schon blöd, wenn die einem diesen Tipp wirklich drei Sekunden vorher geben. Ach, schöner, wenn man damit sich das behalten muss. Jetzt hab ich den... Mh. Mach den anderen nochmal platt. Du bist wütend, du kannst dich umher unterscheiden. Ja. Ist er jetzt tot? Ja. Ja, gut. Jetzt komm her, Jero-Mil. Alter, das war gemein. Der kriegt leider sehr schnell wieder seine Energie zurück. Seine Ausdauer oder was auch immer. Das ist eine Enthaltung. Oh! Das klappt so nicht. Ja, du brennst leider auch jetzt. Lässt dich nicht löschen. Kann ich Pause machen? Oh. Ja. Scheiße, was denn? Okay, ja, ich dachte, der wäre einfach, aber der sieht jetzt dann doch wieder anstrengender aus. Ja, das ist ein bisschen anstrengender aus. Das kann man schon machen. Wo ist denn das, was man Löschpulver? Aber ich kann es hier nicht benutzen aus dem Menü raus. Aber gut, das im Inventar schon mal zu haben. Ah, ich hab... Hast du das gesehen? Jetzt brauchst du es nicht mehr. Alter, es ist ja so licht. Jetzt brauchst du es. Okay, das war jetzt echt ein bisschen dumm. Man, immer wenn ich... Mein Micromanagement war kacke. Weil wenn ich so hin und her wechsel, geh ich so runter von meinem Ding und dann... Machst ruhig noch mal, ja. Ja, ich hab jetzt auch nichts gesehen, was hilft, außer dass der Moment, als du ihm hinterhergerannt bist, ich hab das Gefühl, dass man vielleicht, wenn er auf dich zurennt, dass du um ihn rum so ein bisschen rennen kannst, bis er irgendwo gegen rennt und dann hast du ihn von hinten. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du... Jetzt haben wir... Kriegen wir göttliche Hilfe? Oder haben sie für diesen... diesen Take? Alter, leck mich. Ja, die Frage... Wir haben was verloren. Die freie Frage wäre, ist göttliche Hilfe Glück oder irgendwie für ein Äußertes? Ich geh noch mal zurück. Aber sicher, vielleicht verlierst du die dann wieder. Weil die Chance ist 10 Prozent, dass man sie kriegt, ne? Echt? Ja, weil wir... Ja, stimmt. Achso, ja, du meinst, dass sie dann weg ist? Okay. Ey, ich mein gar nichts. Ja, okay. Er hat offensichtlich gesagt keine Ahnung. Ich weiß ja nicht mal, ob es die bringt. Ist doch na gut. Egal, den mach ich jetzt mal so. Juhu. Hören Sie doch auch. Ja, aber es geht. Es läuft. Also du läufst. Ich bin nur noch auf der Durchreise, bitte. Fuck, ey. Wir müssen hier mal irgendwo diesen Buddha finden. Oh, jetzt kommen sie alle. Trigger lieber schnell den Bullen, ey. Sehr, sehr. Ah, die anderen sind gefangen im Nebel. Gut, dieser Rutscher ist nicht schlecht. Jetzt zeigt er sich mal sehr... Oh, der Stier ist wieder da. Fuck. Genau das mit dem Rutschen, ja. Mach das mal bei ihm. In deine Hoden-artigen... Rauf! Energie. Oh, oh, oh. Ich komme ja nicht mehr weg, ey. Das ist so zum... Mäuse! Mäuse! Melken! Ja, genau, ey. Du dreckiger Drecksbulle. Okay, aber noch... Wie, ich mich jetzt... Ah! Hast du das Micromanagement gesehen, Simon? Ich hab es... Mann, Nils... Hast du es gesehen? Nils, ich hab es gesehen. Ich wollte mich heilen. Es tat auch mir in der Seele weh. Weil ich hätte... Bulle! Ich hätte nicht gern gesehen, wie du ihn jetzt... Zumindest... Du darfst jetzt. Aber ich hätte zwar noch 50 Sekunden... Ja, aber ich sehe nicht wirklich... Ja, aber du darfst ihn jetzt. Ich hab jetzt keine Öffnung gesehen bei ihm. Das Rutschen ist, glaub ich... Ja, aber beim ersten Mal hab ich ihn ja auch oft getroffen. Wie so oft beim ersten Mal. Ja, du baust eben ab, je länger du... Ja, das ist... Beim ersten Mal ist das immer... Macht's am meisten Spaß. So, und beim... Beim zweiten oder dritten Mal denkt man schon, okay, ich hab schon versagt. Und jetzt geht's nur darum, das Versagen gering zu halten. Die Motivation ist eine andere. Hast du das gesehen? Ich bin unter seinem Schuss versucht, durchzurutschen. Hat nicht. Solln sein. So ein Arschgeigentheater hier mit dem. Ups, was denn hier? Du läufst in andere Richtung. Ja, ja, aber... Da ist eine Treppe runter. Guck mal da. Da warst du eben noch gar nicht. Was machst du da? Ich war ja bei denen eben schon. Und ich weiß auch nicht, warum ich nochmal gegen die kämpfe. Warum machst du das? Um ehrlich zu sein, weil ich da aus Versehen halt rein bin. Da war so eine Treppe auf der... Gucken wir uns das nachher nochmal an. Die kann ich meine Energie wiederholen. Krieg ich nie wieder, ne? Scheiße. Dann musst du eine... Hier drüber auch nicht. Nein, nein. So da raufspringen irgendwie. Hier könnte vielleicht noch was sein. Ne, schade. Aber immerhin Eisenschrott, ne? Dass alle gucken können. Okay. Buddha. Buddha, Buddha. Hier vielleicht. Ne. Oh, nicht, ne? Hier unten. Hier kamen wir her. Ja. Das ist irgendwie unfair. Soll ich jetzt den Buddha suchen? Oder glaubst du, das ist der... Also, ich meine, der Weg dahin ist ja relativ schnell, wenn man durchläuft, ne? Ähm, aber... Hm, hier ist nochmal ein Umweg. Ich kann mir vorstellen, dass hier irgendwas ist. Hier ist ganz schön... Da waren... Naja. Geht's da hoch auf der anderen Seite? Na, kurz mal gucken. Hier kamen wir dann her in dem Fall. Da sind ja diese Rattenmenschen und da unten war irgendwo noch eine Stufe, da unten. Ja, okay. Da unten, unter dir, meinte ich, war noch irgendwas. Da, die Stufen, die da runtergehen. Was ist das? Achso, die, achso, die gehen einfach nur dahinter. Das ist, wenn ich suche Rateries. Ne, ne, okay, dann... Dann hast du wohl nicht mehr... Also, die 20 Minuten laufen jetzt, ne? Du kannst ja machen, was du willst. Ich suche ja für uns, ne? One for the team, suche ich mir diesen... Ich meine, wir haben jetzt einen kleinen Ab... Einen kleinen... Das ist da, feines. Das ist schon ein kleines Ding. Das ist dann die... Ja, ja, guck mal, das ist die. Das ist tatsächlich eine kleine Abkürzung, oder? Okay, gut, nehmen wir die ab jetzt. Ja, ja! Oh, sehr schön, den hast du noch gekriegt. Macht schon Sinn, die Feuerplatz zu machen. Sehr gut. Hat er eben noch, hast du noch gesehen, wie seine Augen... Nein, haben seine Augen gesagt. Bin ganz anders in Erinnerung. Den kannst du noch, moich den, ja. Das Feuerdingens müsste ich ja jetzt aktiviert haben, oder? Weil du's ja... Feuerdingens? Leischpulver, ja. Achso, ja. Unges Konfekt oder Ungoos? Ungoos. Ja, ey, es macht schon Sinn, sich die Geduld da... Ich war auch zugeduldig, bin einfach reingerannt. Dadurch musste ich erst mal weglaufen vor dem Stier und so. Ist schon, ja, der Erste, den macht er immer weg. Ah. Was ein geiles Vieh das eigentlich ist, oder? Okay, Rennen ist gar nicht so einfach. Weil er doch sehr, sehr, sehr schnell sich irgendwie dreht. Ja, ja. Er macht ja diese U-Turns. Ah. Ist halt schwer, da hinzukommen, immer. Und man darf so viel Zeit nicht verlieren, weil er eben sehr schnell... Ja. Das ist geil. Aber so eine Ecke ist schon ganz geil da jetzt, wo er ist. Da kommt er nicht weg. Die Ecke ist gut. Ah, shit. Aber der Gegner ist schon geil designt, finde ich. Mann. Man kommt halt wirklich... Ja, das ist... Ja. Ja. Kann auch rutschen. Jetzt ist er wieder in der Ecke. Er ist wirklich blind vor Wut, ne? Rutsch. Ach. Der schon für Narben hat er auch. Der wurde auf jeden Fall mal richtig gezüchtigt. Der arme Kerl. Hast gesehen? Was denn? Ah, schön. Ja. Stampf. Ach, ich krieg ihn einfach nicht, ne? Ja. Ja, ja, sehr gut. Da in der Ecke ist gut. Ja, 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 ja. Hast ihn. Ja, so ist es sehr geil. Das ist ein schöner Tanz. Oh, er macht einen Schweine-Move. Ah! Der hat sich auf dich fallen lassen. Oh, nee, sehr geil. Sehr schön. Das war gut. Wie langsam er das auch rauszielt, Alter. Echt? Der gibt eine Perle? Ja, klar, Mann, ey. Das wär aber auch noch schöner gewesen. Ja! Shinobi-Medizin-Rang 2. Eine latente Fähigkeit, die die Halbwirkung von der Urung zu winken, erhöht. Ah, von würdigen Gegnern verletzt zu werden. Mhm. Okay. Ja, mega. Nur nicht mal einen Dings bekommen hier. Einen was? Einen Rang, oder? Aber hier muss jetzt irgendwo ein... Oder so ein... Ja, Gefahr! Nein, jetzt nicht von dem. Hau ihn! Er war schon... Ja, ja, ich hab's gesehen, aber ich dachte, er hat mich getroffen. Dabei hatte ich ihn schön gekontert. Na, mach doch. Nein! Ah, gut. Ah, nein! Ja, ich hab mich speziell. Der andere lebt auch noch. Nee, der ist schon tot. Sehr gut. Aber wo kommen die denn noch her, ey? Da ist der Bruder. What? Nee. Das sieht aus, als wenn ihr Kopf so dampft, wenn du mal ein Stück die Kamera noch bewegst. Das ist, als wenn ihr aus den Ohren so Dampf kommt. So ist es. Dann betet ihr richtig. Ansonsten seid ihr nur so halbgare Beter. Okay, ähm... Erst mal Buddha-Tempel, bitte. Genau, natürlich. Ich will nur einmal orientieren. Da könnte ich lang... Hier ist nix. Ist hier unten vielleicht was? Ja, da... Ja, da war vielleicht. Das sieht eher so aus, als wäre der nur so Dreck. Und Sipsch. Und virenverseuchter Dreck. Hier waren wir doch schon mal. Kurz. Mutiger kleiner Junge. Aber immer auf der Flucht. Oh, er sieht mich. Ach, geil, okay. Okay. Ich werde da sein. Aber du weißt, was ich meine? Der ist schon zusammengesetzt, dieser Buddha. Das macht er doch eigentlich nur, wenn man schon mal da war. Ja. Ja, weiß nicht. Ich weiß es nicht. Ja, es kann sein. Ich hab das mir nicht aufgehört bisher. Okay, wir haben null. Das bringt das natürlich nichts. Ich will nur mal gucken. Okay, man kann das nur einmal machen. Ich dachte, man muss das vielleicht regelmäßig machen. Soll ich jetzt erst mal hier links lang? Schwierig. Ja, guck dir das mal an. Was hier so ist. Da unten. Nee. Gibt's auch irgendwelches Viech? Da kann man bestimmt auch... Haben wir hier. Ja, also ist das der Weg, den wir eben schon gegangen sind? Nein. Oh, geil. Shortcut. Nee, doch nicht, leider. Hat sich die Tür aufmachen? Nee. Immer wenn die so verbunden sind, so mit Salen. Und hier ist die... Oh, lauschen. Okay, der wird uns als nächstes erwarten. Wir müssen ausrichtung Rüstung pellen. Ronny Moe. Boah. Neues Gebiet. Also, ich hätte natürlich auch über die Brücke, aber ich bin so... Da, Buddha. Ja, aber hier ist wahrscheinlich... Oh. Hätten wir das von der anderen Seite vielleicht aufmachen müssen? Wahrscheinlich, ja. Moment. Soll ich das mal nochmal machen? Ist da... Ich weiß gerade nicht, ob dann... Okay, es ist ja doch relativ... Wahrscheinlich ist da nichts, ne? Also, wir kommen da nicht so schnell hin, meine ich jetzt. Ähm, ne, aber irgendwann werden wir da schon hinkommen, ja. Okay, also es geht über die... Über die Zugbrücke. Es geht aber auch hier runter. Und es geht da an der Ecke auch noch weiter. Oh Gott, hier ist so viel. Tja, ist so mein Arsch. Ich gehe mal diesen Weg weiter. Tja, ist so mein Arsch. Es kommt mir wieder weit, weil es macht mich fertig. Und so. Wie schlecht bin ich denn, dass du... Nicht mal die Werbung andersweise verstehst. Möcht das... Tja, ist so... Tja, ist so... Tja. Tja, Tja. Tja. Autsch. Shit. Ja, Todprobleme. Ich höre hier auch von der Regie gerade Angaben. Oh, nö, darum bin ich jetzt gestorben. Na gut, ist auch sehr egal. Ja, du hast jetzt nur durch den Buddha-Schrein gerade entdeckt. Ja, ja. Aber dadurch, dass wir in dem Gebiet noch nicht waren, hättest du da mal rasten sollen, um dich aufzufüllen. Wir waren da ja eh noch nicht. Ja, fünf Minuten jetzt. Ähm, was wollte ich machen? Moment, äh, genau, ich wollte das mal hier ändern. Den anderen haben wir auch noch nicht gemacht. Den will ich mal ausfüllen, genau. Oh, nice. Aber man muss natürlich auch anbisieren, ne? Oh. Ich mein, ich hab ganz viel L gedrückt. Und ... Autsch. Ich geh sonst heilig. Oh ja, sehr schön. Sehr schön. Ich werd's jetzt nur noch so machen. Ist einfach so viel cooler. Erst denn da oben, ne? Oh. Die Regie will uns hier langsam rausgreifen. Jetzt gehen irgendwie automatisierte Lichter an. Und plötzlich kommt die Disco ... Oh, da wieder so. Der Topf. Topf, Mann. Ähm ... Autsch. Oh. Sehr schön. Hä? Vorsicht. Ich hab nicht mal gesehen, dass da noch einer ist. Du bist gleich hinüber. Ich ... Wirklich. Ich drücke wie ein Bescheuerter. Nee, du bist noch dran. Na gut, ich dran ... Es ist halt in der Bewegung, du kannst ja dann nicht mehr. Wenn du eine Sache machst ... Dann geht's nicht mehr. Ähm ... In dem Fall drücken und die ganze Zeit auch noch versuchen zu ... Es macht einfach keinen Sinn. Eine Sache nur drücken und nicht beides gleichzeitig. Oder man will diesen einen Special-Move machen. Oh. The move like Jagger. Future! Aber hier kann man auch gut leveln. Immer ... Resetten und Schlachten. Und? Gut. Oh, noch einer. Nicht ... Wo war der her? War der eben ... Eben auch schon. Zwei. Ich trau diesem Spiel nicht. Ich hab das Gefühl, es belügt mich. Ja, komm. Sieht aus wie ein Wolf, aber er ist schon ein Hund. Ach, das hatten wir ja schon, ne? Geht nicht. Geld, Geld einsammeln. Oh, wieder zwei Riesen ... äh ... Ja, das ist ... Typis. Ah, sehr gut. Äh, Glockenhayni. Den hätte ich echt vorher erledigen müssen, ne? Ja. Das ist wie immer ... Falsches Timing. Oh, was das denn interessant ist. Ein verdeckter Pfad. Was ist das? Man kann reden. Ah, der hilft uns wieder, ne? Das ist so einer wieder. Was spannt der da rum? Was spannt der da rum? Oh. 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 Wie kann man sich immer alles so vorstellen? Das ist so lustig. Das ist... Diese Ehrenkodex und dieses alles so, dieses Förmliche oder das ist... Ich mag diesen Pathos. Ich mag ihn, bei amerikanischen Spielen nervt er mich, aber ich muss sagen, bei japanischen Spielen finde ich Pathos richtig geil. Das ist ein bisschen weniger unverbraucht, ja. Ja, wenn man Anime guckt, bei jeder Sache, die die da machen, wird das total inszeniert und irgendwas ist hier so ähnlich. Ich mag das. Ja, nicht dich. Cool. Ich gebe das jetzt ab, das große Path der Macht an den Heels, den Boomhoff, denn wir wechseln jetzt. Wir machen aber weiter, oder? Wir machen keine Werbung. Ne, wir machen weiter. Wir sollen da runter, aber vergiss nicht, wir haben so viele Sachen jetzt noch zum Gucken. Es gibt hier wirklich mega... Über die Zugbrücke, runter ins Loch. Aber ich glaube, hier ist fast nichts mehr. Guck mal. Auch noch eine Höhe. Geht eine? Ist hier kein Haken? Hier werde ich nicht hochkommen. Okay, das heißt, ich meine, wenn wir jetzt hier sind, gehe ich natürlich jetzt auch da rein. Ja, warum auch nicht? Wer weiß? Ja, weil es stinkt schon wieder nach Endboss, alles hier. Das kann sein, vielleicht ist aber auch irgendwas Schönes für uns. Also, er ist ja ein Guter oder ist er ein Schlechter, der nur uns nicht bekämpft, weil wir Samurai sind? Ja, wir wissen es nicht. Also, Schlechter mit R und Schlechter mit E sind zwei unterschiedliche Sachen. Man kann beides sein oder nur eins. Ein Böser ist ja, ah, we the baddies. Oh ja, es ist ein Entgegen. Du musst nicht. Ich wusste es ja auch nicht. Ich dachte, vielleicht ist es irgendwas Wichtiges, Gutes für uns. Hey, du weißt, wie ich... Du kannst dich von hinten jetzt. Du kannst dich schön von hinten jetzt. Ich kann doch mit ihm reden, oder? Hihihi, 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 hihihi. Warum? Ja, töten kann man ihn immer, aber wenn er erstmal tot ist, kann man nicht mehr mit ihm reden. Ich glaube, der meint den Zombie Oder uns Ah, ich guck's nicht Okay, das ging schnell Ich bin nicht unsterblich, der Zombie ist unsterblich Ja, aber wir können immerhin Ist man unsterblich, wenn man einmal Einmalig unsterblich Ich will weg hier Boah, das sieht schon aus Als wäre der Komplizierter Genosse Wie viel da rausgeschossen kommen Springen mutig runter Und kommen genauso schnell hochgeschossen Ja, kommt nicht So Wo war der Buddha? Der war ein Stück weiter weg, ne? Weiß ich nicht Der war am Anfang Du bist, ich überlege, ob ich noch einmal zum Buddha gehe Bevor ich jetzt wieder unsere Du musst doch nicht direkt mit dem kämpfen Du kannst doch auch erstmal die anderen Wege Ich will so ungern, dass diese Fäulnis sich so weiter ausbreitet Ich hab das Gefühl, die ist bei mir verrenkt Breitet die sich noch weiter aus Ich glaub fast, dass die bei 10% bleibt Also Bisher Ist sie nie drunter gegangen Warte mal da War das nicht da? Da ist der Buddha-Tempel Ah ja, okay Kommt da relativ schnell Da oben ist auch noch so ein Tempel Geht da jetzt, glaub ich, einmal hin Dann sparen wir uns dieses Sterben Hier hast du ja wirklich alles gemacht Und so viel war das nicht Guck mal Ja, und nur noch ist immer noch die Zugbrücke drüben, ne? Ja Kann man sich mal merken Ja, das ist wirklich ganz, ganz viel Zeug Ich muss jetzt mal den Hunden machen, ne? Nein Ja, das ist wirklich ganz, ganz vieles Geht Ja, ich muss jetzt mal das Ja, ich muss jetzt mal das Okay, jetzt hab ich wieder zwei von diesen. Okay. Dann bist du nämlich hier langgelaufen. Zu dem Johnny. Hier kann man aber auch noch durch. Da sind wieder diese beiden Dicken mit dem... Hammer. Ah, ne, eine ist das. Ne, da ist einer und hier ist einer. Ja gut, aber einen kannst du ja wirklich... Eigentlich kannst du beide wahrscheinlich meucheln. Den musst du erst noch mal machen. Ne, na gut. Der Glockenmann. Den kann ich ja von allen wirklich am wenigsten leiden. Ja, weil der so ein feiler Typ ist, ne? Ja, irgendwie halt auch, der hat ja wirklich keine Funktion, außer... Oh! Ja, ja, ist wirklich erstens ein Knitschern. Das ist widerlich. Vielleicht links, links lang. Ne. Enäki. Eine Ecke. Ich bin von hier weg. Na, Mommis? Ruhigt euch doch mal erstmal. Wollen wir doch nicht hier so ein Terz machen. Wer kommt da? Alter! Mach ich nochmal. Achtung! Ja, kriegst du ihn trotzdem jetzt. Ich wollte ihn unbedingt ohne. Naja, die sind ja, also wenn man die nicht, die sind schon heftig, wenn man die nicht von hinten macht. Ah, unnötig. Dass ich da verreckt bin. Ja. Jawoll! Ein Ninja. Und du hast einen Skillpunkt gesichert. Das ist das Beste daran. Da ganz hinten. Da unten, okay. Der ballert. Da bin ich schnell über den Ast. Was ist der Ast? Der hat auch noch einen Hund. Nee, das war ein Ast. Ich dachte, das wäre ein Hund. Da, jetzt kannst du dich rechts nehmen. Hä? Wenn du schnell bist. Da, rechts. Die Uga ist, ja, ja. Nee, jetzt dreht er sich. Nee, der sieht dich nicht. Wenn du schnell hingehst. Ja, aber der ist. Okay, das ist natürlich jetzt echt schlechtes Timing. Was ist denn der andere jetzt? Hallo? Der hinter dem. Ey, wie er sich da versteckt. Ja. Und da kommen noch alle. Ja. Ja. Ja, bei dem musst du auch... Ja, bei dem muss man blocken, ja. Das war dumm. Ich wollte das gar nicht. Ich wollte switchen, aber egal. Jetzt? Genau. Geben wir mal ein ganzes Geld. Da liegt noch was. Ah, hier gibt es vieles entdecken, Simon. Da oben ist, glaube ich, ein... Wie ein Boss? Nee, ein Tempel. Ja, ich bin mir nicht. Ich habe gerade was Blaues gesehen, aber... Alle drei Meter kommt irgendein Miniboss. Alle drei Meter kommt irgendein Miniboss. Aha. Ja, verfolgt dich wahrscheinlich, oder? Das würde zu gut passen. Nee, doch nicht. Der ist zu fett, der kann hier nicht runterspringen. Aber es wäre geil, wenn dir einer mal so die ganzen Stationen nachfolgen würde. Ja, aber da kann ich mich an die Kante hängen. Nee. Nee. Hängen, ja. Gucken wir erst mal. Also wir haben hier diverse Bosse, um die wir uns noch kümmern können. Könnte sein, dass Akina sieben Sperre hat und das ist einer davon. Der ist Shikibu Tuha Katsu Yamauchi. Hä? Oh. Ich wollte schon gerade sagen, guck mal, ob du ihn schießen kannst von da. Das hatte ich vor. Und ich habe noch gedacht, der wird mich nicht ertreffen hier unten mit seinem Dreckssperr. Doch, aber wie ich geflogen bin, ey. Schön auf, du piekst. Ja. Also wir haben jetzt zwei Endbosse. Ja. Ah, du kannst noch über die, über die, äh, hier. Über die, wie heißt das? Weiß ich nicht. Über die Brücke. Genau. Da hinten, die da? Ah, ne. Ah, der Hauptweg sozusagen. Vielleicht ist es besser. Weil wir wissen ja jetzt, was kommt. Wir wissen, wo was wartet auf uns. Mhm. Vielleicht. Da unten rechts waren wir auch noch nicht. Die waren wir auch noch nicht, oder? Also ganz unten, meine ich. Da, wo das Leuchten ist. Oder waren wir da schon? Ich glaube nicht. Weiß ich nicht. Ey, das ist der Anfang, oder? Simon, das ist der Anfang. Da, wo wir geflohen sind. Durch die Tür sind wir abgehauen. Wo geflohen? Mit dem Jungen. Ganz am Anfang. Ganz am Anfang. Hier ist diese Brücke. Na gut, es würde ja passen, weil es die, ne? Ja, Mann. Da ist die, wir sind aus diesem Ding abgehauen und da sind, das war der Anfang. Ach was, ey. Aber Moment, der Anfang in welcher Zeit? Also vielleicht ist das ja hier genau die richtige Zeit gerade. Ich rass nicht. Wo sind wir jetzt? Sind wir der Gegenwart? Oder in der Vergangenheit? Das ist ja abgefahren. Da liegt auch noch Shit rum. Das wären wir vorher nämlich gar nicht hingekommen. Alles mitnehmen. Geil, das ist sicherlich einer, den man finden muss. Geil. Alter, das ist ja so ein Dickmopsiger noch. Noch einer. Ja, ja, das sind die Ratten. Die sind wichtig. Der hat viel, Achtung. Hammer. Oder Axt, ja. Nochmal. Das war irgendwie so ein, äh, ziemlich krasser von den Jungs hier. Der war deutlich entschossvoller. Heisenschrott. Ich glaub, wenn wir jetzt noch einmal ... Und einen schweren Geldbeutel, das gibt es 1000. Sehr geil. Also wir können auf jeden Fall was verbessern. Wir können sogar, glaub ich, die coole Sache verbessern, wenn wir jetzt noch Schießpulver finden einmal. Und ey, das ist ... Wenn wir da durchgehen, da ist der Ort, wo wir gestorben sind. Weißt du das noch? Da wurde uns die Hand abgehakt. Wo der Arm weg ist. Aha, siehste. Sicher, dass ... Hm? Ich dachte gerade, ist da nicht noch irgendwas? Bist du selbst sicher gerade wieder zurück? Von hier oben sieht man das ja so, ne? Da ist ... Auf dem Boden, doch, da leuchtet auf dem Boden noch was. Ach, lass es liegen, komm. Schmetterlinge. Ich find's gut, dass du die Ratten erwischt hast. Das gibt's sicher wieder auch wieder. Ja. Einen kleinen Bonus. Ah, das ist so geil. Ich geh jetzt noch mal eben schnell zu diesem anderen Typ da. Und zwar über die linke. Wie bin ich da noch mal hingekommen? Mit meinen verbleibenden Minuten. Also, der eine ging links rum, der andere geradeaus hoch den Berg. Aber ich glaub, du willst links rum, ne? Aber jetzt bist du genau. Genau. Das ist richtig. Genau, und hier kann ich mich doch fallen lassen, oder? Ja, so war das. Da seh ich doch schon was, ja. Okay, scheiße, ich wollt eigentlich den anderen Endboss. Aber egal, dann nehm ich jetzt den hier. Na, ich glaub, der 7-Sperre ist schwerer. Ah, wobei, ne? Der ist auch nicht einfach. Ich wüsst nicht, was ich jetzt noch mal an. Fang ihn doch jetzt mal an, von hinten anzugreifen. Ja, genau. Durch's gelabert hab ich genug jetzt mit dem. Das war jetzt auf einmal cool, dass wir das mal gemacht haben. Und auch gut, dass wir jetzt feige sind. Ja, klar, Mann. Ach, geht nicht. Ich glaub, der hat auch nur einen Arm. Der hat mich richtig abgezogen, ey. Hab ich ja nicht mal geheilt. Ich glaub, du kommst hier schwer zum Heilen. Oh, der ist sehr stark. Boah. Okay, der ist schon ganz schön schnell und stark. Na gut. Ich wollte eigentlich auch den oben auf dem Tempel. Der kam hier ein bisschen mit seinem Speer. Der ist schon sehr schnell. Ja, ich find die beide heftig. Aber das war auf jeden Fall jetzt schon mal ein schöner Versuch. Wir werden jetzt kurz Pause machen. Und dann bin ich dahin gelaufen, wo's weitergeht. Wo genau das sein wird, weiß ich nicht. Ob ich mich zu einem Endgegner begebe oder vielleicht doch lieber die Zugbrücke hinauflaufe. Das werden wir gleich sehen nach der Werbung. Hello again. Wir sagen einfach ... Hello again. Hello again. Ich hab das Nachtschwalbenfernrohr gerade entdeckt in unserem Inventar. Ich wusste nicht, dass wir das haben. Die Nachtschwalben-Ninja, die machen die Dächer der Burg und suchen mit scharfen Augen nach Eindrilllingen. Und jetzt kommt was, ne? Was? Kann es sein? Ich werde es jetzt benutzen. Dann müssen wir sehen. Guck mal. Da ist schon wieder so einer, ne? Wo ist er denn jetzt? Wo bist du denn hingelaufen? Ich wollte eigentlich ... Moment, wie kann ich das jetzt wieder ... Okay. Ich wollte eigentlich hier rüber. Hab dann aber gemerkt, ich kam jetzt von meiner Position ... Du siehst es hier rechts. Nicht so wirklich da hoch wieder. Bin deswegen hier unten lang unter der Brücke durch. Und jetzt bin ich hier unten. Wollte halt, wie gesagt, eigentlich über die Brücke ... Ach so, das ist ja der Typ, den ich eben auch gemacht hab. Ja. Ist das das? Ja, klar. Rechts ist die Tür, die zu ist. Ah, okay. Und ich dachte schon, das wäre was Neues. Nee. Ja, aber wie kommen wir denn dann über die Brücke? Weiß ich genau. Das ist ein super, äh, ekliger kleiner Zwerg. Kartoffelzwerg. Wie heißen die noch? Also Ratten nennt er sie. Würde dir die Axt empfehlen. Oh, den kann man nicht essen. Der hat mir ja ganz, ganz fies. Der ist rattig, der Kale. Gift machen kann der auch. Gelegiert. Gelegiert. Und geblockt. Sehr geil. Aus der Axt, aus seinem Schilfkopf. Ja. Ja, und jetzt. Meine Klubbelige. Also, dieser Weg ist dann ja falsch. So, ob die auch so heiraten und so weiter. Aber die suchen wirklich nur die hässlichsten. Ja. Die suchen sich die hässlichsten in ihrer Rasse und dann ... Ey! Hast du es gerade gesehen? Ja, das war sehr gut. Ein guter Moment. Komm hier nicht hoch. Komm einfach nicht hoch. Aber wenn wir diese Bosse, dann haben wir auch genug Nabelschnüre auf jeden Fall wieder. Äh, Nabelschnüre sind hier schon perlend für ein Upgrade. Oh, vielleicht ist da muss ich hoch. Jetzt habe ich es gerafft. Ja, ja. Ja, ja. Ich bin hoch von da oben, muss ich kommen. Ist hier schon alle platt gemacht wieder? Ja. Nee, siehst du, ich komme da nicht mehr hoch. Das ist schon komisch irgendwie. Wir sind doch auch zurückgekommen. Guck mal zur Treppe hin. Ja, zur Brücke meine ich. Ja, das ist ja ganz oben da. Wenn wir vielleicht das große Tor dann von der anderen Seite irgendwann aufmachen, ist da ein Shortcut. Oder wir hätten nochmal den ... Kann ich nicht einfach da hinreißen? Nee, das ist ja ... Ich glaube nicht, dass wir da ... War doch davor, oder? Haben wir nicht einen davor? Bei der Brücke? Ja, oder? Ist das nicht der? Nee. Ja, aber das muss ja der davor sein. Warte mal. Der ist jetzt halt natürlich ein Stückchen weiter hinten, aber vielleicht ist es auch ein Fehler. Ja, wir werden sehen. Auf jeden Fall haben wir da noch einiges. Also, ich möchte jetzt ungerne, aber auch jetzt die ganze Zeit Endgegner machen. Musst du ja auch nicht, du kannst ja machen, was du möchtest. Das ist ja das Tolle. Ich ziehe das zum Endgegner hin, das spüre ich doch. Ja, ja, natürlich. So. Immer. Hm, okay. Ja. Ja, Nubi. Da kannst du dich auch aufs Dach schwingen. Was war denn hier nochmal eigentlich? Ja, da sind wir nämlich nicht hochgegangen. Ich wollte gerade sagen, da sind wir gar nicht hochgegangen. Was war denn da los? Ja, weil wir eben woanders lang sind. Das meinte ich doch die ganze Zeit. So facettenreich. Okay. Äh. Das ist facettenreich. Haha. Ich werde mal jetzt ausnahmsweise keinen Kampf versuchen zu initiieren, sondern irgendwie. Da oben! Guck mal! Was ist das denn? Das ist... Guck ihn dir mal den Fernrohr an. Ah ne, das ist einfach ein normaler Typ, oder? So ein normaler... Dach-Hamster, oder? Schwer zu sagen. Aber wie lustig der da so rum... Er hat mich gesehen, er würde auch gerne jetzt mich haben. Ja, und wie? Wie willst du das jetzt machen? Auf dem Dach ist da auch noch, äh, Luz. So ein Vogelnester auf dem Dach. Okay, doch, den Kampf... Ach, verdammt, ne? Dann komm ich jetzt nicht so einfach hin. Ja, doch. Geil. Lustig. Da war doch ein Ei eben noch. Oben, ja, ein Etage. Ja, ne, doch. Wo warst du Ei? Ja, ja, süßliche. Ja, sehr geil. Watt, da war noch irgendwas. Über dir. Boah, der schießt auf dich. Da oben. Da oben, meinst du? Mhm. Da oben. Also, straight. Da oben. Oh, ja. Verächtlich, er die dann immer noch so wegschleudert. Nur noch totes Fleisch. Oh, noch was! Boah. Scheinbar muss ich doch hier lang. Aber die bringen ein bisschen mehr Punkte. Oh! Oh! Ey, die hacken da auf ihren Dächern, die Raben. Jetzt brennt der auch noch. Oh, ist das... Okay, der war auf jeden Fall als Kind im Zirkus. Oh, was hat der, der findet geil. Für den Pizzaschneider. Guck mal. Da hab ich keine Zeit. Ein brennenden Dolch. Ja, sehr gut. Was? Das Gold bleibt bitte hier. Nee. Doch, hab ich noch bekommen. 32 Mark. Ah, hier. Ja, da ist aber noch ein Nest. Was ist das? Boah, hack mal durch. Kannst du's durchhacken? Aber nicht runterfallen. Hängen! Kannst du ranhängen. Wird ja immer komischer. Da ist aber auch noch ein... Ne, schade. Doch, die Dachkante. Da ist jedenfalls noch ein Ei. Da links. Da oben. Ja, ich seh's. Boah, das macht Bock so auf. Ja, ne. Noch einer. Schurkiger... Raben. Kann ich da nicht so... Endlich mal ablenken. Keramik-Splitter oder Asche? Nein. Keramik-Splitter sind zum Ablenken. Aber du kannst ihn auch von hinten nehmen. Jetzt. Oh, wie geil, der ist zu dir rübergehüpft. Wo der ist denn? Ja. Alter, was für Akrobaten. Alter, nein. Was? Zu viel Ninja über dir. Oh, noch einer. Ja. Oh, sehr gute Erleichterung. Ach. Er hat mir fast über das Dach gesprungen, ey. Falscher Alarm. Kannst du es auch über das Dach schmeißen und dann springt er in der Herd. Das probieren wir gleich mal. Auch wäre das lustig, wenn das klappen würde. Nö. Zwei Stück. Tschüss. Keine ehrenhafte Kampfkunst. Und von oben noch ein Ninja-Sterne. Ja. Ja. Sehr gut. Hinter der. Der schmeißt die hoch. Das sind hier, ähm... Ah! Diese Boomerang-Dinger, die so zurückkommen. Siehst du das? Ja. Über dir muss es einfach mal einer sein, ey. Du bist gleich tot. Ja, ja, ich hab einfach noch versucht. Ja, ey, ich hab einfach noch versucht. Nee. Wo sind die her? Nee, nee, dann waren das wirklich so, die werfen die und dann fliegen die so ein Bogen, wie so ein Boomerang, und dann... nicht nur. Endlich drin. Was ist das? Ach, der ist mal Gecko. Gecko? Ja, ich... Ach da! Schwimmen bringt wahrscheinlich nichts, weil man irgendwo klettern kann. Da ist noch keiner links hoch. Da ist doch so ein... Siehst du das Vieh? Den Haken? Ja, ja, bestimmt, ja. Na gut, egal. Und? Da ist jemand auf der Brücke. Tür? Ja. Nie gehen sie auf. Ich kann sie eigentlich auch schon mal heilen. Leider nix mehr. Ja, okay. Oh, auch noch so einer, so einer in so einer Lanze. Ja, aber irgendwie hab ich vor dem gar keine richtige Angst mehr. Wenn man einmal das gut blockt oder... Oh, ich dachte, ich hab ihn. Ich dachte grad, geil, aber direkt beim ersten Mal. Na gut, damit rechnet er nicht. Da kann man sie dann doch immer wieder mal... Hopp! Oh, shit. Oder auch nicht, ne? Oh, schade. Nee, du bist dran. Ach, ich bin ja noch dran. Da hätt ich auch vorher ein bisschen mitdenken können. Scheiße. Aber ich wollte jetzt auch nicht nochmal zurück. Ja, ich hatte gehofft, du findest da ein Tempel, weil du bist echt weit gelaufen. Also, das war jetzt echt schade. Ja, man kann nicht immer perfekt zum Tempel führen. Tempel of Love is the place to be. Okay. Wir können jetzt einfach mal hier durch. Einfach mal den Haupteingang ausprobieren. Ja. Ist auch so ein Endboss, oder? Warte, die Literatur, die vitalität ist so langsamer die Haltungserholung, wie langsamer die Erholungshaltung. Also, die wenig Energie haben, ist die... Ach, der hat... Nee. Das ist natürlich... Das ist ein bisschen viel. Hat der jetzt schon gehofft, dass die... Einfach mal kurz reingelunzt und wieder abgehauen. Kommen die? Nee, ne, die kommen nicht. Aber die verlieren mich ja schon so ein bisschen aus den Augen. Also könnte ich vielleicht jetzt... Ja, die Musik ist jetzt weg. Von der anderen Seite kommen. Hm, 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 hm. Äh, wo ist das? Oh, schau mal. Wer ist das? Händler. Man sieht doch, dass ich ein Shinobi bin. Wollten wir eh machen. Information. Na gut. Wittelfinger. Wir müssen hier die Drecksarbeit für ihn machen. Aber wie schön, dass ich da wirklich im Hintersten... Merkt ihr mal, wo der ist? Dass wir den wiederfinden, wenn wir den Samurai ausgeschaltet haben. Merkt ihr mal... Ja. Innenhof und dann... Hilft es hier? Wahrscheinlich auch nicht, ne? Diese Ecke hier. Also links ist der große Hof, hier. Das ist quasi rechts vom langen Weg in den mittels Weges. Ja, das ist doch schon mal eine Information. Das kann man sich doch merken. So, wie komm ich denn jetzt... Hast du immer so Angst von da? Ja, irgendwie dieses Falling-Demits-Sling ist immer noch in mir drin. Da ist auch ein... Ich komm da nicht hin. Ich komm da nicht hoch. Da hinten oben? War da das? Ja. Naja, man... Viel höher geht's nicht. Probier doch mal da noch mal dich festzukrallen. Hier? Ja. Ja, nur nach oben springen vielleicht. Ja. Siehste? Wo war ich gerade? Kamera. Ja. Item wolltest du doch holen. War das nicht da auf dem? Hä? War da nicht noch ein Item? Da sind ein Typen da, will ich. Von oben. Ich dachte, wir hatten nur noch ein Item. Häckseln. Auf dem Dach gehabt. Oh ja, geil. Ja, aber das kann ich doch nicht. Nee, die kriegst du wahrscheinlich nicht alle. Aber jetzt bräuchte man so ein Area of Effect. Ja. Aber so kriegst du auf jeden Fall einen. Die kriegst du weg. Kann ich hier mit der geladenen Axt das Ergebnis nehmen? Macht keinen Sinn, weil du eh einen Punkt abziehst. Also hinter ihn und dann einfach meucheln. Aber die Frage ist, was du danach machst. Weil da sind so viele von den anderen Typen. Abhauen. Ja. Das ist echt schwer. Ja, vielleicht kriegen wir den General jetzt so ein bisschen angegeilt. Ja, das ist nicht so eine Sinnhandnummer. Wenn nur er mitkommen würde, wäre das natürlich ganz geil. Gucken wir mal. Ich will erst mal nur wissen, ob der seinen Punkt wieder hat. Das wird jetzt interessant, ob die jemals aufhören damit. Irgendwann schon hinter den. Irgendwas rot ist dran. Ja, das ist der Typ da hinten wieder. Ja, voll, dass du ihn schmeißt. Ach, der kann mich damit auf die Entfernung treffen. Warum hat er es eben nicht gemacht? Du kannst mich bitte aufhören. Nein, du gehst da jetzt nicht runter. Ich glaube, sobald die das sozusagen aufgeben, kriegt er so einen Punkt zurück. Haben wir es denn jemals ausprobiert? Einmal nur. Jetzt seine Funke ist aus. Check, check. Ja, jetzt hat er ihn wieder. Boah, der da oben, Alter, ist das nicht echt. Ah, ist der denn hergekommen? Ja, das ist das, was ich auch gerade hoffe. War der Kleine aber, oder? War das der Große? Der Große, geil! Okay, das ist doch ganz gut eigentlich. Na, okay, doch nicht. Das hat einen Grund, warum es nicht so gut ist. Aber der kommt auch nicht wieder hoch. Schade. Der kommt nicht wieder hoch. Ich glaube, du hast noch drei Minuten, zweieinhalb Minuten hast du noch. Aber eigentlich bei Endgegnern wollten wir doch eigentlich wieder hoch. Ja, das stimmt. Gut, aber jetzt, das stimmt. Können wir auch wechseln, aber dann verlierst du deine zweieinhalb Minuten, was ja blöd ist. Ja, mir gehen jetzt auch langsam die Orte aus, an die ich gehen könnte, ohne auf den Endgegnern zu treffen. Ja, mindestens, ja. Würde man nicht sich einem stellen. Also, ich fand die jetzt alle, ich finde den eigentlich am einfachsten. Ich glaube, der ist auch der offensichtlichste. Man muss halt gucken, man kann ihm einen abziehen, dann kannst du ihn vielleicht noch woanders hinlocken. Ja, genau. Das ist, aber da muss man halt, da, wo man ihn hinlockt, auch eigentlich vorher gecleared haben. Das ist so ein bisschen das, was ich jetzt versuche. Hopp, hopp, hopp. Oh, manche viele. Wie soll man die denn alle erwischen? Einfach richtig, richtig viele. Oh, ein fucking Hund da auch noch. Sollte eigentlich nur diesen einen Typen, der da auf dem Dach ist, wollte ich jetzt schon, ne? So ein Geier, Mann. Komplett die ganze Bude jetzt hier Rabatz gemacht. Da kann man sich droppen lassen für das Item. Welches? Du kannst das ja gleich holen. Da unter dir jetzt direkt. Man muss jetzt ja nicht mehr Bock. Ja, nein, du hast den Supermove verpasst. Na, sehr gut, du hast ihn ein bisschen weggelockt. Oh, hinter dir auch. Naja. Ich bin doch schon tot gewesen! Ja, ich hab noch mal versucht, ob ich das Timing noch mal hinkriege. So, jetzt machen wir Wechsel. Ich geh aufs Klo und der Nils macht ihn. Bitteschön. Soll ich alle drei machen, während du auf Klo bist? Alle drei Endbosse? Okay, dann mach ich das, ja? Dann mach ich alle drei Endbosse, ne? Dann mach ich alle drei Endbosse jetzt. Das ist doch gar kein Problem. Äh, ich überleg, ob ich mal an die andere da, das ist halt echt, da sind ja schon viele. Warte mal, pass mal auf hier. Ich geh noch mal nach da, versuch mal den anderen Endboss, der da oben an diesem Tempel war, erstmal zu machen. Da ist echt viel Action hier. Viele Einheiten patrouillieren die Straße. Das ist, äh, das ist hier ein bisschen überschaubarer. Alter, ey, ey! Hör doch mal auf, du Arschgesicht! Musste das sein? Direkt wieder hier so viel verloren. Das ist doch Quatsch gewesen jetzt, ne? Da kann man sich nochmal Nur kurz einmal rasten Was ist ja nix Ah, das ist ja noch dummer. Aber das war ein geiler Move von mir. Wo ist noch ein Hund da? Oh, wie schön war das denn? Aber genauso dumm am Ende des Tages. Komm, ruhig her, wie sie wollen. Ich komm, ruhig her, mitspielen. Ich komm, ruhig zu mir. Ich hab jetzt gerade, ich guck mal jetzt zu abwechselnd nochmal hier rein. Ich wollte mir die anderen nochmal angucken. Der war doch da, war das nicht hier den Berg hoch? Da hoch? Äh, weiß ich nicht. Ja, ist alles so unübersichtlich, ne? Der Typ eben war doch einfach. Warum nehmen wir, na gut. Naja, da war jetzt so viel los. Ich guck mir mal die einen nochmal, den ich vorhin auch wollte, als ich mich verlaufen hatte. Achso, na, tot? Alter, ich... Ah, die Festhaltentaste nicht... Was? Hä? Wieso bin ich denn hier? Wieso bin ich denn hierhin zurückgesetzt worden? Mache da gar keinen Sinn. Also ist nicht gestorben und schnell wie überlebt worden? Naja, gut. Hallo? Hallo? Hey, jetzt hab ich beide aber nicht faxen, Dicke! Unnötig viel schon wieder verloren. Mann! Genau, bei dem... Ja, das ist zum Kotzen, ne? Bei dem... Ey, jetzt bin ich so unkonzentriert. Das kommt davon. Dafür hab ich einen coolen Move gemacht. Ja, das kann ich direkt nochmal machen. Bei dieser Billo-Stelle hier, ey. Das ist nervig. So. So, gar nicht. Weeeeg! So. So macht man das. Meine Güte! Da oben, den meinte ich. Da wollte ich hin, zu dem Typ da oben. Vogelge delle好 viel... So. Woher geht's dir? Di Da ist der Diggi. Jetzt kommt der Diggi. Es sind doch zwei Diggis, da ist der andere Diggi. Wenn du jetzt mal einen Dicken noch machst, kannst du den Skillpunkt hier sichern. Anvisieren. Ah, Fehler. Ah, du rattengesichtiges Drecksrattengerät. Wie lange der mich einfach wieder auf einem Bein, die ganze Zeit. Aber ich wollte ihn eigentlich auch von hinten meucheln. Das geht dann nicht mehr. Ich hab das auch schon mal versucht. Der erwischt dich mit diesem Rundumschlag irgendwie dann immer. So, wer will jetzt hier noch was? Das warte ich mal ganz kurz. Ach ja, du kannst ja auch da durch. Erinnerst du dich noch, genau. Da war was, ne? Da waren wir schon mal. So. Da ist auch hohes Gras. Stimmt, da kann man so durch. Ja gut, solange die Gelbsten sehen die mich im hohen Gras. Das kann nicht so sein. Das kann nicht so gedacht sein, das Spiel. Nee, nee. Das kann nicht so gedacht sein. Wirklich. Das ist nicht so gedacht, dass wir da einen killen, drei Minuten warten. Das ist kacke. Ja. Ja. Gucken wir uns erstmal hier dieses Beute. Hm. So. Können wir dann? Noch einer. Ja. Come on. Ernsthaft. Come on jetzt. Come on. Please. 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 Okay. Sehr schön. So. Dann. Gucken wir mal. Da ist einer. Dann ist die andere. Ja, okay. Ja, ganz rechts ist der Typ mit dem Topf, ne? Aber ich glaub ... Oh, den Topf? Ja, wenn du jetzt ... Genau, links da siehst du den mit dem ... Ich weiß nicht, wer das ist. Vielleicht auch nicht da rechts. Hat der nicht einen Topf? Ja, wir haben jetzt erstmal die alte Platte. Sehr gut. Zeigen Sie bitte. Nicht im Gebüsch? Ja. So. Okay. Ach da, jetzt sehe ich, was du meinst. Ja. Ich mach erst die alte Platte. Ah, hat gar keine. Sehr gut. Schön. Jetzt haben wir den dritten. Das ist alles, was ich wollte. Das ist, was mich nur benutzt, Simon. Ja, wir müssen auch ein bisschen mehr auf die Skillpunkte achten. Das ist schon ... Schon das Gefühl, du hast mich nur benutzt, damit du deinen Skillpunkt bekommst. Unsere Skillpunkte. In Wirklichkeit liebst du mich gerne. Wolltest du nicht von einer halben Stunde zu Ende gehen? Ja, lass mich doch spielen, wie ich das ... Warum ... Sobald ich will ... Ich sag ja gar nichts mehr. Ich will die erstmal alle hier wegkrabbemsen. Aber dann hast du ja nur eine Chance, und dann musst du sie wieder alle krabbemsen. Ja, aber ich ... Wämse die jetzt kaputt. Wenn ich jetzt ... Wämse, wie du wämsen willst. Die sind halt einfach ... Wenn der Typ in meinen Endgegnerkampf eingreift, dann brauch ich ihn gar nicht erst anfangen. Weil du mich mit einem Schlag kaputt krabbemst. Stimmt schon. Aber ist da oben nicht ein eigenes Kampfareal wieder? Weiß ich nicht. Ich glaub schon. Mit grauem Nebel und dem ganzen Kram. Also eben ist ... Oh, tschüss. Wir könnten auch die stealthigen Bonbons mal benutzen irgendwann. Ja, stimmt. Die sind ja schon nicht ... Ey! Warum hat das nicht geklappt? Achtung! Nee, weg, 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 weg! Ja, es ist einfach ... Du lächer ... Jetzt hast du sie gleich. Gleich, 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 gleich. Eins, zwei noch. Ich hasse es so sehr, dieses ... Warum ... Warum ist sie nicht ... Wieso hatte er diesen Move eben nicht gemacht? Ich raffe auch nicht, Mann. Zumindest hab ich wieder ein bisschen was. Trotzdem nervt mich das wie Sau. Jetzt muss ich da reingehen in den Kampf. Du nimmst auch mal so ein Kügelchen. Dann kriegst du vielleicht ... Ah, ja. ... ein bisschen mehr Energie. Weil im Kampf bringen die einfach nix. Meine Güte, ey! Wieder einer! Äh, noch einer! Hinter dir! Oh. Ich glaube, der ist ... ja, da. Ja, ich seh ihn. Oh, jejejejue! Coach Judy! Na, kam. So, endlich. So, kann ich den jetzt irgendwie noch ... Den kann ich nicht spicen, das sieht mir nicht danach aus. Oder ich kann mich hier langhangeln? Nee, das ging nur von bis hier, ne? Ah, doch, guck mal. Da kann ich vielleicht von hinten kommen. Ach, weil die Hütte zwei Ausgänge hat vielleicht. Ja, das könnte tatsächlich sein. Aber dann triggere ihn nicht. Dann springen die jetzt hier runter. Das könnte echt sein, ja. Ja, geil. Das könnte klappen. Okay. Okay, wenn ich das... Da kann man vielleicht sogar tatsächlich dann hochgehen, ohne dass man die ganzen anderen Typen platt machen muss. Ja, das glaube ich auch. Ist ja vielleicht ein Weg. Wie weit komme ich bis hier? Guck mal, ist hier ein Geheimgang? Ach, geil. Das ist ein Geheimgang. Dann kann ich ihn da gleich... Der steht gar nicht mehr da. Ich kann es dir auch leider nicht sagen. Da steht er noch. Ich sehe doch seine Lanze blitzen. Was ist denn hier oben? Den Balkon, ne? Wieso flüstere ich ja? Warte mal, kannst du nicht? Hm? Nee, alles gut. Ich wollte nur wissen, ob... Ist da rechts nicht irgendwas? Guck mal, steht da nur ein Hut oder steht da ein Feind? Siehst du? Das ist nur ein Hut, der da liegt. Na gut. Ein Strohhut. Und auf der anderen Seite war auch was. Aber gut. Du hast noch so eine Leiter? Von dem Gebäude, meine ich. Der Hinterseite. Ja. Sein Käfig, der hat mir befreit damals. Weißt du noch? Ja. Da war er drin. Ja, ja. Ach nee, du kannst hier nicht rüber. Okay. Ja, aber wo ist der denn jetzt? Steht der da? Der steht da. Ach, ich dachte, der steht im Eingang. Schon gewundert, wo der ist? Oh Gott, ist der groß. Das sollte aber nun machbar sein, ne? Alter Simon, du bist manchmal... Erst waren sie noch alle so mega schwer und jetzt auf einmal soll der machbar sein. So, denk am Kreis und nicht so viel rumhüpfen. Alter, genau. Aber vielleicht... Kannst du jetzt... Naja, das wird nicht klappen. Ja, wenn er mich verliert. Das wird schnell, sei einfach schnell. Ja. Aber vielleicht schaffst du es. Wahrscheinlich eher nicht. Oh, wie geil wär das? Schieß. 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 Schieß, schieß. Alter, ist das denn hier runter? Ach, fuck, dann verfolgt dich. Ja. Ich muss hier aber wieder rauf. Jetzt. Warte, warte, warte. Ah, hatte ich schon. Okay. Alter, das ist... Du Bastard. Weg. Oh, sehr gut. Mann, du hast eine Reischweiteform. Aber das kannst du dir merken, wenn er... Ich hab ihn wieder nicht geblockt. Wenn er dieses Aufpowern macht, hast du, glaube ich, eben mit der Axt gehauen. Oder über irgendwas hast du ihm auf jeden Fall geblockt. Hanbei, der Unsterbliche. Warum macht der den Scheiß nicht für uns? Warum müssen wir das alles machen? Der Typ ist unsterblich. Du hast recht. Unsterblich verliebt. In mich. In den Tod ist er. Shit, ey. Ich probier mal was. Mal probieren. Unauffällig. Kann man sich bewegen. War das hier? Ja. Mann, hör auf! Ja, okay. Es geht zumindest. Es geht. Es ist machbar. Wir müssen ein bisschen Werbung machen. Ähm. Aber gleich, wenn wir zurück sind, dann, ähm ... Ist ja Bescheid. Drei Gegner haben wir, die wir uns aussuchen können. So ist es. Und jetzt werden wir, werden wir jetzt einfach abwechselnd uns jeweils ... Versuchen wir den Boss versohlen lassen. Und auf einen Boss quasi einschießen. Was ist der hier? Ist schon geil, ne? Wenn man dann die eigene Haltung ... Darfst du sowas ... Ich weiß es nicht, ne? Hm. Ich kann mich nicht entscheiden. Ich probier mal jetzt den, um die Haltung aufzupuschen. Äh, bist du jetzt eigentlich ... Also willst du noch mal? Ja, ist jetzt egal. Komm, mach doch gerne noch mal. Du bist doch schon ... Oder soll ich jetzt entscheiden? Sonst mach ich. Der Simon, er ist ein Gönner. Er ist ein Gönner. Okay. Wieso? Wer will da eigentlich schon wieder was von mir? Das ist aber ein Bastard, der Typ, ey. Kannst du danach mal in die Hütte rennen? Vielleicht rennt er dir in die Hütte hinterher. Können wir vorstellen, da hat er nicht so leichte Bewegungsfreiheit. Ah, nein! Scheiße. Scheiße, jetzt muss ich den anderen Typen auch noch plattmachen. Das gefällt mir gar nicht. Ey, die bleiben davor. Das ist ja super. Das ist super. Das kannst du irgendwie ausnutzen. Den Typen muss ich plattmachen, ey. Ja, aber das schaffst du ja. Reiz ihn doch und dann drück Kreis. Ah, ich kann nicht weg! Ich hab's gesehen. Und noch einer! Ey. Ja, schon recht. Man muss die eigentlich mal killen. Aber das kann's nicht sein. Alter, der wird mich weggeworfen. Kann Granaten. Er hat auch genau irgendwas geworfen, die Sau. Spielt er ins Auge. Oh, das ist aber jetzt Kacke. Jetzt mach ihn! Ich komm wie ... Ich häng an der ... Ich will schießen und schieß mich selbst. Ja, das ist einfach affig. Egal. Ja, so geht das ja nicht. Wenn die da noch zur Hilfe kommen. Das ist nicht in Ordnung. So lass mich da noch mal rein. Shit, ey. Ey. Kann der andere mal abhauen, wie feige seid ihr denn? Ey, ihr habt da halt einfach keine Ehre. Keine Ehre. Jetzt bewirft er mich wieder mit irgendwas. Ist das überhaupt Gift? Warte mal, ich hab ne Idee. Nö, nee. Komm, den kannst du doch wirklich einfach machen. Ja, du siehst doch, dass ... Ja, okay, Entschuldigung, das war ne dumme Aussage, hab ich gerade gemerkt. Das mein ich, ne? Deswegen wenigstens in diesen selbstablaufenden Finisher, weil da kann er dir nicht mehr viel tun. Das kann ich überhaupt nichts mehr machen. Okay, können wir mit Öl bewerfen, aber das bringt aber so irgendwie gar nichts. Ich mein, er hat ein Leben nur. Und es ist diesmal jetzt kein anderer mehr da, der ihm hilft. Oh! Alter. Kommt sogar rein. Jetzt war immer Glitch der rein, ey. Reiner. Reiner Glitchi. Na gut, das war nix, aber dass diese Typen da kommen, das war natürlich jetzt echt kacke, weil da hat er mich zweimal richtig erwischt. Das war ja kein richtiger Kampf mehr. Also, die muss man ... Ach, das nervt. Ich hab keinen Bock, hier das Gebiet zu säubern. Das ist total aufwendig und dauert ewig. Durchlaufen ist eigentlich schon richtig, aber ... Hm. Vielleicht, ich glaub, ich weiß, was der Fehler war. Sag mal, was ist denn hier passiert? Ich hab da einfach nur neu gestartet. Ach, das war ... okay. Ich will eigentlich nur zu dem blöden Buddha zurück. Wo ist der denn? Da. Jetzt starte halt noch weiter. Ja, natürlich starte ich noch weiter. Kann ich diskutieren. Ja, kannst du grad nicht. Ey, es ist so unfassbar. Aber wie ist das gerade passiert? Ich starte neu und plötzlich viele Leute auf mich zu. Ich raff's wirklich nicht. Nervt mich ein bisschen, das Spiel. Okay. Mach jetzt. Und dann lädt er immer noch so lang. Ja, Fäule. I don't give a fuck anymore, ey. Oh, jetzt hab ich ... Sieben Prozent haben wir jetzt mal Glück. Das ist ja bescheuert. Okay, komm. Da sind die Typen. Ja, 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 ja. Du weißt, wo lang, ne? Naja, ich renn jetzt einfach mal durch, ne? Mal gucken, ob das bringt oder nicht. Es sieht eigentlich okay aus, ne? Sie schießen ab und zu, genau. Und jetzt gleich da runter, ja, da. Ja, gut. Und jetzt vielleicht mal kurz warten, bis das Gelbe weg ist. Ja, ja. Klar. Weil das war vielleicht der Fehler, dass ich zu schnell war. Und das noch nicht einen Cooldown hatte. Und dann gehen die wieder zurück auf ihren Posten. Die waren wahrscheinlich einfach zu nah dran. Ah, na, warte da halt mal drin. Da hauen die wieder ab, siehste. Hoffe ich doch, dass das so ist. Ist der jetzt da hoch? Nee, der mit dem Hammer geht weg, ne? Naja, diese kleinen anderen Schergen sind ja nervig gewesen. Da rechts steht einer, ja. Der sieht uns, glaub ich, aber auch nicht. Okay, kurz gucken. Ich glaub, die Axt, mit der Axt hast du, glaub ich, eben gut gemacht. Ich hab ihn einmal ganz gut gewamst damit, ja. Aber ich will auch mal das Öl gleich ausprobieren. Ich hab das Gefühl, das benutzen wir noch zu wenig. Ja. Bei diesen Rotaugen hältst du das halt so. Sehr effizient. Ja. Ja. Und? Ja, doch, bringt was. Ein bisschen was, ja. Ja, doch, ist nicht so schlecht. Da kommt der Gelbe. Boah, nervt das. Siehste, er wird aber wieder gelb, und jetzt haut er vielleicht wieder ab. Ich sagte, jetzt haut er vielleicht wieder ab. Ich würde die Tür gerne einfach zumachen. Ja, klar, kommen doch alle hoch. Na, guck der noch mal. Mal vielleicht, aber ich bin. Ich weiß nicht, ob der an den anderen gekoppelt ist. An den großen Mobs. Weißt du? Aber dann merken wir uns den und erledigen den nachher noch als erstes oder so. Ja. Ja, das sieht nicht so aus, als ob da viel passiert, ne? Kann ich jetzt nicht den Außenweg wieder und ihn dann von hinten. Also du sprintest auf ihn zu, machst ihn platt. Man weiß halt nicht, wo der andere ist, ja. Ja, der ist im Nu wieder da. Na gut. Manchmal kommt der Diggi auch da runtergesprungen. Ja, jetzt kannst du ihn vielleicht kriegen. Nee, das ist zu gefährlich. Ja. Das ist ... Das Nervige an der Sache ist ja nicht diese Endpostfight, sondern dass man halt diese dummen Schergen noch ausschalten muss, was das einfach nur in die Länge zieht. Und das find ich vom Level-Design halt nervig, weil man kann's ja machen, aber dieses Reinigen jedes Mal, was jetzt nicht so anspruchsvoll ist und einfach nur Zeit frisst. Ich finde, dass ... Wenn man schon von hinten kommen kann, dann sollten die nicht getriggert werden. Das sind so Kleinigkeiten, die zur Perfektion fehlen, find ich. Das ist einfach nur nervig. Ich muss kurz mal, weil das ist hier einfach nicht die richtige, ne? Was ist das, was Distanz verkürzt? Jetzt auf ihn rauf? Ja, genau. Ah, okay, das ist da drin. Das war gut geblockt, glaub ich's. Autsch. Kann man nicht blocken. Kann man nicht blocken, deswegen das Symbol. Hast du dich aufgeschmissen, ne? In die Zelle rein. Ich hab's auch nicht gerafft. Ich dachte, ich hab den Move grad aktiviert, weil ... Ich glaub, das war der erste Anfang von diesem Block-Move für den Speer, aber warum er dann nicht ... Was ist das hier eigentlich Sprint? Ach, den kennen wir ja schon, ne? Das ist doch wieder Ausstrahl. Oh. Brrrr, brrrr, brrrr. Bei den anderen hängen auch so viele Gegner rum, die man säubern muss. Ja, komm, wir wollten uns jetzt um den kümmern, jetzt machen wir's auch. Wenn wir's nicht schaffen, schaffen wir's halt nicht. Wir haben 15 Minuten. Sollte doch noch reichen für ein, zwei Versuche. Sehr erfrischend, dass man ... ... unendlich Ausdauer hat. Shit, jetzt ist der schon getriggert. Warte mal, ne Idee. Ich hab mich hier fallen lassen, ja. Jetzt warten wir das mal, kühlen wir das mal down. Und der eine bleibt ja da stehen, mein ich. Ne? Und der sucht uns da hinten. Hier vorne ist ja direkt einer an dem Stab, an dem ich mich hochziehen kann. Das ist der eine, der auf jeden Fall getriggert wird. So, jetzt ist Finito. So, da hinten, der macht da seine Patrouille. Ja, ich weiß, wer das ist. Das ist der, der bleibt da stehen. Jetzt hast du getriggert. Wo ist der Baum? Ja. Wo ist der andere denn? Macht das ... Oh. Leckt mich am Ohr, Mors. Mann! So unangenehm. Also. Du weißt nicht, wo ich bin. Du kannst es gar nicht wissen. Das hat keinen Zweck. Sieben Sperre von Oishina. Shikibu. Toshikatsu Yamuchi. Yamuchi. So. Na, hä? Da ist der ja schon wieder. Ey, es ist einfach zwecklos. Das ist einfach völlig zwecklos. Ich muss den platt machen. Das ist völlig zwecklos. Das ist einfach so ... Wenn ich jetzt schnell den ... Ja. Durch das Wiederbeleben. Ja. Ja. Endlich. Okay, jetzt kann man richtig kämpfen. Tot? Ja. Nein, nein. Du bist doch klar. Energie. Oben. Ah! Ah! Wie? Es tut mir so leid, aber ... Der letzte Pinsel. Dann hängst du an dem scheiß Eingang fest. Du, Kackspiel. Ach, komm, ey. Warum? Komm, der Versuch war eh schon gescheitert. Ich will doch einfach nur gegen den kämpfen, ohne seine dummen Händschmen. Das klappt für dich. Erzähl mir doch nicht, ich muss jedes Mal alles reinigen da. Das ist doch kacke Putzarbeit. Das nervt. Ne, sowas hier! Ich hasse euch! Du Scheißspiel! Mit einem dummen Kackgegnern! Ey! Nils, ich bin kurz davor! Ja, ich weiß! Ich raste aus! Ey, Vorschlag, obwohl, nee, der andere war ... Nee, Schlag, nur Schlag. Blickschlag, den Entwicklern in den Nacken! Der andere war zu krass, ne? Der mit dem ... Nee, auf gar keinen Fall. Nee, wir machen den jetzt. Also, nicht jetzt. Wir werden ihn nicht jetzt machen. Aber wir versuchen es in Zukunft nur noch so, bei ihm. Ey, das ist auch noch eine Möglichkeit, sich zu hängen. Hast du's gesehen? Nee, jetzt möchte ich erst mal ... Also, hinter dir, quasi. Vielleicht kommst du da auch hoch. Ja, aber ... Siehst du da nicht die genialen Sachen, die ich hier mache? Ja, natürlich, da oben meine ich, da. Ja, okay, aber da komm ich von ... Also, komm ich vielleicht hin, aber da muss ich ... Das ist mit dem Quadrat! Warum? Hast du mal Tomb Raider gesehen? Jetzt probier's halt, und dann kannst du's ja normal machen. Nee, das geht sicher. Sag ich doch, geil. Das geht sicher, aber dann, da hoch. Ja, genau, jetzt bist du nämlich schon direkt bei ihm. Ist auch fast eine Abkürzung. Nee, nicht, wenn der Typ dann direkt bei ihm will. Ja, das ist in der Tat nicht okay. Und da kommen auch wieder Tybis, das versteht schon. Ein Schlag. One Punch! Hüpf! Ja! Jetzt können wir mal in Ruhe mit ihm, ohne dass die anderen kommen, kämpfen. Das geht nicht, ne? Ich kann ihn danach nicht ... Hopp! Ja, das war der Fehler, ja. Na gut, was heißt Fehler? Ich wollte gucken, ob man die auch ... Die kann man nicht mit Kreis, ne? Ach so. Ich hab die's mal nicht bewegt und nur Kreis gedrückt. Ich dachte, dass ... Warum hat er gedasht, ne? Er ist nach da gedasht, also muss ich eigentlich gedrückt haben. Ach so. Aber ich dachte, ich hab nur Kreis gedrückt. Weil ich will ja nicht mal raffen, gilt es denn nur für diesen Stich? Oder für alle Stichvarianten, immer wenn dieses Ding kommt, ne? Ich glaube. Dann immer Kreis drücken. Ich kann doch die Kenji-Symbole nicht lesen, ihr Spacken! Äh, wo bist du eigentlich nochmal lang gehüpft gerade? Äh ... Da über rechts, oder was? Schon noch geradeaus und dann rechts, ja. Hier einfach durch den Tempel und dann rechts die Wand hoch. Oder da, ne? Kannst du auch. Hier? Oder hier rechts jetzt, ja. Ohne viel Federlesens. Genau. Vorsichtig schießen. Und dann nochmal. Und jetzt vielleicht rechts lang. Er sieht dich nicht. Irgendwas anderes sieht mich. Ach, du kommst von da nicht hin. Doch über das Dach vielleicht. Ja. Aber ganz sicher, jetzt bist du schon hinter ihm, theoretisch. Äh. Hup. Der steht schon voll. Du musst das gar nicht so ... Kannst du einfach hier jetzt an der Mauer entlang. Ach so, und dann hier hoch. Er steht eh da links. Ach ja, okay, das ... Okay. Okay, okay. Das ist er jetzt, sieben Minuten. Lass dir richtig Zeit jetzt beim Kampf und lock ihn da nach links. Ja, das ist eine sehr gute Idee, nach links locken. Ach, sein Kumpel kommt. Aber ich warn dich, wenn er da ist. Und dann kannst du leider nicht. Siehst du, dann kannst du leider nicht. Nice. Ja, sehr gut. Nee. Dom. Na ja, ich wollte gerade saufen. Es kommt gleich auch der andere, ne? Er ist schon ... Ja, wie lange hab ich jetzt Zeit, mir zu auszusuchen, was ich machen will? Ihnen jetzt von hinten wär gut, ne? Wie geht das? Wenn das ging ... Nee, nee, okay, die sind sofort aktiviert. Wär auch zu einfach. Das könnte man hier jedes Mal machen. Der andere kommt. Ja, das ist einfach schäbig. Das ist nicht zu schaffen auf die Art, ne? Ja, das ist ... Wenn die dann auch noch kommen ... Du hast eine Minute nur, also durchgehalten. Aber also ... Also gut, wenn er diesen Stich macht, mit diesem Gefahrsymbol ... Drückst du Kreis, ja. ... Kreisdrücken, man kann keine Counterattacke machen. Nimmt, seine Pucke ist wieder weg. Was ist denn? Ja, man kann keine Counterattacke machen. Man kann keine ... Das kann man vielleicht nicht richtig. Doch, alles gut. Man kann keine Counterattacke machen. Aber man kann überleben. Und man muss danach halt ihn ganz normal verprügeln. Das dauert halt einfach ewig. Man muss blocken, blocken, hüpfen, hauen, blocken. Hüpfen, hauen und so. Und ... Du hast es gehört, ne? Du hast es gehört. Klack, 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 klack. Das machte der Controller. Das machte er. Ich glaub, du hast jetzt nur ein bisschen Health verloren. Kann das sein? Ja. Oh, jetzt kommen wir ... Leider immer noch nicht genug, aber ... Okay. Der kriegt auf jeden Fall auch wieder die Ölung. Spratz und Scherk. Sehr gut. Und jetzt hau ab. Das bringt ihm auf jeden Fall ein bisschen Kummer. Der andere ist schon wieder gegelbt da hinten. Kann ich den so vielleicht, dass der Gelbe nicht kommt? Ja, ich glaub, die sind gekoppelt, ey. Ich weiß es nicht. Ja, die sind so ein bisschen badig, ne? Die reden miteinander, ja. Wie der einfach dir unter den Boden oder den Füßen weg sitzt. Ja. Oh nein, ey. Schon wieder dasselbe. Ich drück einfach immer die blöde Richtung. Ja, weil der andere Doofkopf da da ist. Halt dich doch. Oh. Oh. Nein! So ein richtiges ... Wie so, was man einem Hund sagt, wenn er kurz davor ist, irgendwie die Kacke zu essen oder so. Alter. Ist ja so schädlich. Auch ist das Demütigen im Gefängnis erstochen. Das ist das zweite Mal, dass du mich in das scheiß Gefängnis reingestochen hast! Das ist sehr demütigend. Ich empfinde das als demütigend. Ich möchte mir die Augen rausreißen. Ja, auf die Art und Weise wird das natürlich echt ein bisschen. Ich hätte den Schuh hier so nehmen. Ich könnte den Schuh wunderbar, ich könnte den so schön hier ... Es gibt so viele, die würden so schön klirren, die ganzen Dinge. Ich hab eine Idee. Ja, was denn? Pass mal auf. Wir haben doch so ein komisches ... Atombombe? Nee, womit man so ein bisschen unsichtbar ist. Da. Kann man ruhig machen. Aber willst du das jetzt nur, um da hinzukommen? Nee, wenn ich hinter ihm stehe, damit der andere nicht getriggert wird. Er ist ein Versuch wert. Er ist ein Versuch wert, ne? Da war's. Okay, dann mach ich das jetzt mal. Geht aber auch nur, glaub ich, wenn du in der Hocke bist. Also, da ist es nicht. Vielleicht stimmt's auch nicht. Ich hoffe ja nur, dass der hinten durch den Schuh getriggert wird einfach. Und, sieht er dich? Ja, das ist lang noch nicht. Gut geblockt. Das ist der Sprung. Ja. Ja, ich hab ... Ja, ist so ein bisschen Try and Error, ne? Immer rauskriegen, was Mars kann da für Moves und dann entsprechend kontern, aber ... Oder einfach sehr schnell reagieren. Ah, ich hab mich zu viel bewegt. Mann, ich konnte mich nicht mehr heilen. Aber das ... Das hat zumindest verhindert, dass er getriggert wurde. Wir haben jetzt noch eine Minute. Probier's ja gerne noch mal. Quick-Round. Nein, ich mach jetzt keine Quick-Round. Ich mein eine Nils-Round. Nils-Round. Das ist eine Quick-Round. Okay. Puh. Ich will mich da festhalten, ne? Geht gar nicht. Okay. Gut. Dann geht's halt nicht. Mann, der hat er! Ich finde, du schaffst das jetzt. Dann können wir nämlich mit einem Erfolgserlebnis und das ist dieser Round. Nee, bin ich. Auf jeden Fall. Wäre ich nicht dagegen. Würde mich nicht wehren. Auf jeden Fall müssen die sich hier auch irgendwas dabei denken. Ja, das ist gut. Ich will noch einmal den Ahn machen. Ach geil, der steht auf dem Ding. Deswegen hat er dich gar nicht getroffen. Okay, uh. Lock. Ja. Sieht gut aus. Lock. Ja, sehr schön. Oh nein, zu spät. Ich hatte es gestartet und hab noch Kreisgedrückt. Aber es hat halt einfach nichts mehr gebracht. Aber du bist gut unterwegs. Du hast noch drei Tränke. Mach ich nicht, weil das von eurem Geld bezahlt wurde. Dieser Controller stimmt nicht. Das ist mein Controller. Aber ich mach trotzdem nicht, weil dann müsste ich mir einen von eurem Geld kaufen. Ähm. Boah, was für ein Scheißspiel. Es geht weiter. Das nächste Mal, wenn es heißt, Aschina Talsperre, sperrt auch unseren Erfolg ab. Ja. Sperrt unseren Erfolg ab. Es hindert uns daran, den ansonstigen, den Durchlauf des Erfolges zu gewährleisten, den wir hier normalerweise liefern. Drei Bosse, keiner mehr geschafft. Aber ich hab zumindest bei dem jetzt das Gefühl, solange wir zumindest diese Unsichtbarkeitswurzel haben, ich weiß nicht, wie viel wir von denen noch haben. Ja, der ist ne ... Also ... So, und du hattest ... Ja, der ist ne ... Ja, der ist ne ... Bekreis und so. ... ein bisschen was abgezogen. Wenn man ein bisschen in den Rhythmus kommt, hast du ja gesehen, wenn man einmal dieses Timing hat, dann haben wir bei anderen Gegnern Bambé an dem gleichen Punkt wie bei dem. Also, den kriegen wir auch früher oder später. Aber ich find's furchtbar langweilig, dass man nur zwei Buttons drücken kann. Ja. So, es gibt zum Angriff zwei Buttons und zum Verteidigen zwei Buttons. Tut mir leid, er hat sogar in God of War mehr. God of War I. Ja, das ist ... Ja, also, vielleicht haben wir auch die filigranen Feinheiten noch nicht raus. Ich hab mich ein bisschen enttäuscht, weil ich echt mehr erwartet hab vom Spiel oder von der Fähigkeit. Aber es macht auch Bock. Es ist das Gefühl, jemanden dann zu finishen, ist halt auch geil. Oder? Ja, das ist dann cool. Ja, das stimmt. Dann verlässt dich auch dein Chi und alles ist gut so. Aber es frustriert mich mehr als die anderen FromSoft-Spiele. In der Tat ist es momentan ein bisschen frustrierend. Na gut. Aber nächstes Mal ist ein neuer Tag. Bis dahin vielen lieben Dank fürs Zusehen. Das war klar durchgenommen. Stikido! Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.